Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag Leute und herzlich willkommen hier auf rpghafen.de zu einem ganz besonderen Sprite-Sing, nämlich GoldenEye 007, der Bond-Shooter in der gecancelten Xbox 360-Fassung. Ihr habt es ja mitbekommen, ich habe sogar einen ganzen Retro-Club darum sich drehen lassen, dass GoldenEye 007, der sehr beliebte James-Bond-Shooter von Nintendo 64, endlich deindiziert wurde. Was im Laufe des Jahres ja auch parallel passiert ist, ist, dass ein Remaster des Spiels, was für die Xbox 360 geplant war, ins Internet geleakt ist. Und mit dem hatte ich mich bisher gar nicht beschäftigt. Ihr seht ja ein bisschen im Intro, wie die N64-Figuren zu Xbox 360-Figuren werden. Mein Interesse war aber natürlich geweckt und ich wollte es sowieso mir mal angucken, wie es ausschaut, wie es funktioniert. Und lass uns doch das gemeinsam spielen und mal schauen, was hätte sein können. Es war so, dass Rare nach dem Verkauf von Microsoft an diesem Remaster gearbeitet hat, mit der Absicht, das auf der 360 herauszubringen. Es gab ja auch einige Titel, wie Banjo-Kazooie und Perfect Dark, die dann auf der 360 herausgekommen sind, obwohl das eigentlich Nintendo-Titel mit gepublished waren zu der Zeit. Aber bei GoldenEye, woran es ganz genau hing, habe ich jetzt nicht direkt ermitteln können. Es scheint wohl, dass nicht alle Einverständniserklärungen von Nintendo mit eingeholt wurden, bevor dieses Spiel fertig gemacht wurde. Es ist so gut wie fertig. Ich glaube, man sollte sogar den Singleplayer durchspielen können. Es sieht sehr vollständig aus von dem, was ich gesehen habe. Und hey, das wäre echt cool gewesen, wenn es tatsächlich 2007, wo es eigentlich hätte rauskommen, soll auch rausgekommen wäre. Jetzt schauen wir uns das im Nachhinein einmal an. Und vielleicht kommt das ja noch im Sinne einer Neuauflage von Rare Replay 2 oder wie auch immer. Und ich werde ein bisschen weiter was dazu erzählen, wenn wir dabei sind. N64 Original hatte ich schon mal ein bisschen gespielt. Jetzt bin ich also ein bisschen vertraut und kann gleich sehen, wie das mit der 360-Fassung hier funktioniert. Jetzt so, ich werde auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad hier einmal losgehen, weil A, ich bin nicht der größte Ego-Shooter-Experte und B, ich will immer vom Game helfen lassen. Wir sehen hier das Intro vom ersten Level. Nach dem Kinofilm GoldenEye 1995 rausgekommen, wurden hier einzelne Level nachgestellt. James Bond hatte auch das Counter-Five von Pierce Brosnan, der damals James Bond gewesen ist. Was hier zusätzlich interessant ist, ist bei dem Remaster, ihr seht hier die verbesserte Optik gegenüber dem Nintendo 64 Original. Ich kann hier mit Druck auf den rechten Button, aber auf die N64 Grafik umschalten. Insbesondere achtet mal oben auf die Bäume hier und die Architektur. Da sieht man schon, dass es nicht einfach nur Texturen sind, sondern dass da auch in der Modellierung was gemacht wurde. Insbesondere, wenn es dann um Sachen geht, die nicht in der Game-Welt sind und ansonsten richtige Twin-Stick-Steuerung hier mit dabei ist. Das heißt, ich kann das tatsächlich hier, ich spiele gerade mit dem PS5-Pad, paar Adapter am PC, kann mir das hier in Ruhe so legen. So hatte ich mir das auch auf dem N64 entsprechend mit Software-Einstellung gelegt, weil mit der klassischen N64-Steuerung komme ich hier nicht mehr so richtig zurecht, die unter anderem das Strafen auf die C-Buttons gepackt hat. Und also im Sinne eines Analog-Sticks würde man also mit vertauschten, horizontalen Achsen da arbeiten. Warte mal, ich gehe hier ein bisschen zurück, aber für das Remaster hier funktioniert das eigentlich alles ganz fein. Wie gesagt, ich habe den rechten Button, womit ich dann zwischendurch umschalten kann und kann mir also auch alles in der alten Optik hier ansehen. Aber spielerisch, wie modernere Twin-Stick-Shooter funktioniert das hier. Ja, ich habe ansonsten die Möglichkeit, ich bin hier gerade beim, war das der Damm in Russland, Stadt nach Russland oder so? Da mache ich, glaube ich, schon. Auf jeden Fall der Part im Film, der den Damm abgebildet hat, wo Pierce Brosnan am Anfang den Damm mit einem Bungee-Seil runterspringt und dann gleich die große Action-Sequenz das sein sollte. Hier natürlich ein bisschen erweitert. Ich kann zwischen die ganzen Waffen hier und her gehen. Oh, und warte mal. Ich glaube, ich habe mein... Lass Sie mal gucken, ich würde gerne das Fadenkreuz natürlich sehen. Open Options. Settings. Ich gebe mir mal das Aim Cross her, genau. Show Aim Border, weiß nicht ganz, was das ist. Oh, man kann sogar auf 21 zu 9 schalten, wenn man will. Hier auch eine krasse Sache. Wir spielen es aber hier normal, weil die meisten Leute nur 16 zu 9 haben, in 16 zu 9. So, ja genau. Dann hier. Mit dem Sniper Rifle dann. Das sieht eigentlich wirklich ganz gut aus hier. Warte mal. Ähm, warte mal du. Ja, den hat es gefetzt. Ja, eine Sache, die man hier hört, anscheinend die Musik hört zwischendurch auf, wenn ich zu lange hier verweile im Level. Das genaue Zielen hier aber jetzt mit den Sticks. Ist ein bisschen schwieriger, aber ich mache das mal kurz, weil es ist tatsächlich was ganz Interessantes. So, ich habe ihm den Hut weggeschossen. Ich habe ihm tatsächlich den Hut weggeschossen. Ja, und fast den Kopf. Na komm. Die Problematik ist hier, dass ich mit dem rechten Stick... Oh, okay. Dass ich mit dem rechten Stick hier... Warte mal. Äh, mit dem rechten Stick hier die Feinjustierung machen muss. Und gleichzeitig aber den rechten Trigger zum Schießen benutzen muss. Und der... haut mir die Justierung wieder ein bisschen durcheinander. So, jetzt habe ich den aber erwischt. Der, okay, der andere. Aber immerhin kann ich jetzt mit der tatsächlich auch mit dem Sniper Rifle, mit der Steuerung darum gehen, indem ich hier die AK, die Buntstift AK, wenn sie so schön genannterweise ein bisschen wie ein Buntstift ausschaut, insbesondere im Original-Look hier. Also mal die Body Armor. Aber ich werde meistens... Ich werde ein bisschen hin und her wechseln, wahrscheinlich einfach, um zu sehen, wie die Unterschiede hier sind. Aber das nicht so inflationär machen, sondern eher in der neuen Optik hier bleiben. Oh, sehr interessant. Die Fässer. Explosionsfässer. Ja, schon aufwendigere Explosionen. Hier sind auch ein bisschen genormter. So, hier ist noch einer drin jetzt. Hattest du dich versteckt vor mir, ne? Mein Kollege. So ist das nicht. So, Action-Button. Welcher könnte das sein? Der X-Button auf der Playstation. Ich nehme mal hier die AK. Naja, ich habe das jetzt hier im N64-Original mal wieder ausführlich gespielt. Das war einer der Titel eben, die ich nicht zu lange gespielt habe damals in den 90ern. Eher... Shit. Oh, ich hätte nicht wieder zurückgehen sollen. Das war nicht cool von mir. Muss ich wieder da durch. So. Habe ich aus Versehen die Hälfte von dem hier gefahren? Nein, ich muss... Das eine geht zu, das andere geht auch wahrscheinlich damit leveln. Ich habe den Singleplayer nur ein bisschen in den 90ern gespielt. Ich kann mich an ein paar Multiplayer-Runden erinnern. Aber ich bin eben kein großer Ego-Shooter-Spieler gewesen. Auch wenn ich mir der Wichtigkeit des Titels natürlich bewusst bin, dass der sehr viel für den modernen Konsolen-Ego-Shooter getan hat. Auch wenn natürlich mit den Folgejahren viel nochmal passiert ist. Insbesondere weil Halo so herausragend war 2001 auf der alten Xbox. Aber viele Sachen, die sich schon auf dem N64 bei den Shootern abgezeichnet haben. Nicht nur GoldenEye, sondern auch Turok hat natürlich viel dafür getan. Aber GoldenEye speziell, ob Singleplayer, ob Multiplayer, was die Steuerung angeht. Das cinematische, das Spielgefühl ist einfach sehr gut. Also für einen Shooter, der mittlerweile, wo ich es aufnehme, mit 24, fast 25 Jahre alt ist. Kann ich den Alarm abschalten? Gut, das habe ich angeschossen. Also so aus. Kriege ich die Garage auf? Machen wir mal die Tür auf hier. Weil hier ist doch bestimmt noch einer. Ne, die sind alle rausgegangen, ne? Ja, das war damals aber ein herausragendes Ding. Ich kann mich an eine Handvoll Multiplayer-Partien erinnern, die ich mit Kollegen damals gemacht habe. Aber eben nie dann so meine Art von Spiel gewesen, dass ich mich lange Zeit drin abgegeben habe. Was für ein Unterschied, ey. Was für ein Unterschied. Und als Spiel, was eben große Relevanz nicht nur für den Konsolen-Igo Shooter, sondern allgemein für das Videospiel-Business hat. Man darf dessen Wirkung und dessen Wichtigkeit eben nicht unterschätzen. Wurde natürlich sehr stark überholt mit der Technik und der Spielbarkeit und dem Vorherrschen von TwinStick vor allem. Und nachdem sich TwinStick festgelegt hat, nachdem dann Konsolen angefangen haben, auch zwei Sticks zu haben zur Lenkung. Du konntest das aber auch mit einem Stick halbwegs vernünftig spielen, wenn du auf die C-Buttons dich eingestellt hattest. Da ist einer, ne? Die C-Buttons dich eingestellt hast. Aber grundsätzlich, äh, oder auch alternativ natürlich, zwei N64-Sticks für den Singleplayer benutzen. Also zwei Controller angeschlossen lassen und dadurch die beiden Sticks dann in Verwendung haben. Ich glaube, da gab es sogar eine Option, die sehr nah dran an TwinStick war. Die Parts hier, die braucht man eigentlich alle gar nicht für den Singleplayer machen übrigens. Das ist, glaube ich, mehr für Multiplayer gedacht. Wenn man die Maps hier benutzt. Wobei der Multiplayer natürlich nochmal separate Geschichten dann da hatte. Wo man auch andere populäre Charaktere aus dem Bond-Mythos dann verwenden kann. Aber auch hier scheint auch hier ein bisschen rot. Aber ich wollte es mir einmal angucken, einfach. Und ja, ne? Also ich finde wieder als jemand, der auch ab und zu mal Oldschool-Ego-Shooter spielt. Wobei, dass mir meine PC-Ego-Shooter-Zeit war, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ich habe ja auch ein bisschen tatsächlich PC-Ego-Shooter gespielt. Dann aber mehr, als ich im Jahr 2000 meinen ersten eigenen PC hatte, waren es tatsächlich dann solche Sachen wie Red Faction, UT oder Quake 3. Zu der damaligen Zeit. Das ist eher mehr Spaß gemacht. Das ist übrigens gewollt hier, weil hierdurch wird die Cutscene initialisiert. Womit Bond hier runterspringen kann. Hui! In den Damm. Ich glaube ja, im Film müsste er das Bungie-Seil dann da gehabt haben. Toll, wenn so ein Feature eingebaut ist. Schaue ich immer ganz gerne, aber den ersten Level haben wir komplettiert damit. Gehen wir mal in den zweiten. Dann rein. Und für die habe ich eher so ein bisschen Nostalgie. Und Konsole habe ich zwar gespielt, aber keine Ego-Shooter eben, die auch vor allem exklusiv dafür gewesen ist. Ich habe aber, ich muss sagen, solche Sachen wie... Warte mal erstmal hier den... Putzi. Auf der... Im Klo müsste sie eigentlich nicht rollen, mein Freund. Dafür nehme ich deine AK hier. Ich habe im Nachhinein aber so zur PS2- und Gamecube-Ära und natürlich der klassischen Xbox... Ein bisschen Halo habe ich gespielt, aber dann eher sowas tatsächlich wie Timesplitters. Und Timesplitters, wer das noch von der PS2 kennt, das hat ja auch noch so einen ganz besonderen Status, zu stennen, einem Splitters-Beyer von vielen Leuten, die bei Rare weggegangen sind und ihr eigenes Team gegründet haben. Also es war quasi das Next-Gen Perfect Dark, Next-Gen Goldeneye ohne die Lizenz und hatte sogar einen schönen Singleplayer. Also die habe ich ganz gerne gespielt, damals auf der PS2. Oh, auch die Keycard haben wir. Warte mal, Kollege, guck mal her. Dann würde ich hier auch nochmal erwischen. Und zum Glück hier weiß ich noch, weil ich auf dem N64 gerade die Level gespielt habe, wie der Weg durch den Level funktioniert. Oh, noch mal ein bisschen Body-Armor. So, lass mich hier durch. Oh, kann ich die Spinde aufballern? Kann ich. Kann ich sie auch aufmachen? Ne, ich muss sie anballern. Tatsächlich, die Spinde kann ich explodieren lassen. Das ist ja cool. Gut, aber wir wollen es nicht zu sehr verschwenden hier. So gute Arme. Oh, ne, die Waffen brauche ich ja später. Nehmen wir die AK. Die ist ein bisschen besser hier. So, ah, Wissenschaftler. Nicht erschießen. Du sollst möglichst am Leben bleiben, mein Kollege. Oh, da will jemand was von mir. Da wollte jemand was von mir. Aber wir kriegen euch noch zum Glück. Mit meinem exzellenten Shooter-Gameplay. Ui! Zum Glück hilft mir das dezente Auto-Aiming, was man übrigens auch abschalten kann natürlich, aber es hat so ein schönes Spielgefühl mit dem Auto-Aiming. Den schießt so in die generelle Richtung, lenkt so ein bisschen auf den Gegner hin und dann passt das schon. So, ich muss... Ah, ne, das ist eigentlich der richtige Weg sogar hier. Links oder rechts? Doch, links, ne? Was? Links oder rechts? Richtig, okay. Kann ich das hier so mitnehmen? Ja, aber da liegt mir so meine Erfahrung, was Konsolen-Shooter angeht. Aber die haben natürlich auch, wenn es nicht jetzt Times Square wäre, was konkret von GoldenEye-Leuten gemacht wurde. GoldenEye hat einfach sehr viel Relevanz gehabt und es ist auch... Will ich das nochmal gegenchecken lassen? Ja, es ist wohl tatsächlich, wenn man sich das weltweit anguckt, sogar erfolgreicher grundsätzlich, was die Verkaufswahlen angeht, als Ocarina of Time gewesen. Was krass ist. Aber so ein Multiplayer, Vierer-Multiplayer-Ding, was so richtig den Shooter-Spaß vorantreibt. Danke für die Keycard, mein Kollege. Scheint richtig hilfreich gewesen zu sein. So, ist das Sean Bean? Das ist Sean Bean. Hallo, mein Kumpel. So siehst du vorher aus. So nachher. Oh, the king in the north, mein Freund. So, für England meine ich. Wir müssen hier diese Angst zerstören, die aber giftig sind, also mit dem Inhalt. Kann ich natürlich hier durch meine Uhr auflösen. Aber ich muss darauf achten, dass Sean Bean nicht stirbt und dann durch diese Tür hier raus. Eigentlich kommen jetzt hier so eine Belagerungssequenz. Das ist Agent 006. Ich lass den mal hier so ein bisschen machen. Obtache, er bewegt sich weg. Damit ich die Mission da auch schaffen kann. Ja, bei Rare Replay. Das hätte tatsächlich da reingepasst. Throw down your weapons. You are surrounded. Obtache, check the sea, completed. Und raus. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich musste dich leider zurücklassen, mein Kumpel. Aber es macht nichts. Denn wir haben die Mission geschafft. 4 Minuten 90. Ist nicht schlecht. Wenn ich nicht gewusst hätte, ich brauche natürlich dann um einiges länger. Chemical weapons factory. Jetzt müssen wir erst mal fliehen. Von da. Aber ja, die Rare Replay Collection eben. Zumindest in der Fassung. Hier, in dieser Version hätte man es drauf können. Auch wenn nicht alle neue Rare Upgrades da gewesen sind. Zum Beispiel gab es ja in der Rare Replay Collection war ja nicht die Xbox 3 die Xbox Classic Fassung von Warte mal, nicht die hier. Oh, ich habe wirklich keine AK. Na gut, egal. Ist auch die falsche Tür. Ich gehe hier raus. Der hat eine AK. KF7 meine ich. Das ist aber ein großer Schlüssel. Objective A completed. Was sind denn meine Objectives eigentlich? Hätte ich gar nicht geguckt, ne? Mit L2, R2, okay. Okay, find plane ignition key, escape and plane. Okay, ach, das ist der Flugzeugflüssel. Da muss ich also einfach nur zum Plane jetzt hier hinkommen. Lustig übrigens, diese Fadenkreuz-Ansicht soll tatsächlich von von Witcher-Cop inspiriert sein. Also dem Lightgun-Shooter von Sega. Der übrigens auch auf dem Index ja immer noch steht. Sowohl Teil 1 als auch Teil 2. Lass mich mal durcharbeiten hier. Sehen wir, ob ich das schaffe. Und Level geschafft, ne? Trotz des ganzen Beschusses. Aber auch ein kurzer Level. Aber ja, da sieht man, wo diese ganzen Inspirationen hier kommen. Und trotzdem was machen. Übrigens glaube ich, dass ich den Level so schnell geschafft habe. Je schneller man die Level schafft, unter bestimmten Voraussetzungen, Geschwindigkeit, ich glaube sogar auch mit dem Schwierigkeitsgrad zusammenhängen, kriegt man Cheats, die man später aktivieren kann. Hier ist natürlich noch nichts freigeschaltet, weil ich kein Save für das hier habe. Ein Unterschied, ey. Vor vier Jahren. Jetzt sind wir in der Flashback-Sequenz angekommen. Bond im Schneeanzug. Verdammtes N64, ey. Aber gut. Wir müssen es jetzt in die Facility reinschaffen, in die Einrichtung. Da. Naja, nicht die Antenne, einen weiter, glaube ich. Müssen wir. Ich habe durch, also, die upgedatete Perfect Dark-Version, die ist ja auf der 360 rausgekommen. Ich wollte eigentlich die Dinger kaputt machen. Und die habe ich ja auch dann, ich glaube sogar zweimal, ich habe sie mir einmal so gekauft. Und dann war sie auch der Rare Replay Collection drauf. Und jetzt habe ich den Eintrag doppelt, bei mir auf der allgemeinen Xbox-Umgebung, weil sie sind ja auch abwärtskompatibel, also bei Xbox One und Series X und S. Sind sie dabei? Mal kurz auf die Objectives hier nochmal gucken. Okay, dann Communications Dish ist das Ding. Muss ich da hin, einmal. Ich denke, das hätten sie ja... War ja auch bei Rare Replay dabei, ne? Also das ist ja wahrscheinlich wirklich ideal dahin gepasst. Aber gut, sei es drum. Sehr interessant, aber so... Also, irgendjemand, der das als Beta-Version bei sich hatte, hat eben diese vollständige, fast beinahe vollständige Fassung geleakt. Also, soweit ich sehen kann, ich habe mir ein Video-Playthrough mal, da habe ich kurz reingeschaut, nicht komplett angeguckt, weil ich wollte es ja selber nochmal hier spielen. Für euch, mit euch. Und der schien Story-mäßig recht vollständig zu sein. Zumindest gab es da ein definiertes Ende. Wir werden aber jetzt einmal kurz die Dish fertig machen. Wir werden mal gucken, ob meine Skills dafür reichen. Dish is powered down. Das heißt, wir können Objective-A ist erledigt. Wir können runter... Ich schätze, es war so, dass man alle Objectives erledigt haben muss, bevor man den Level beenden kann. Das wollen wir natürlich auch. Aber natürlich gibt es noch viel mehr hier zu entdecken und zu machen. Ich glaube, aber das ist schon der richtige Weg hier. Oder nicht? Oder auch nicht. Gab es hier eine Map? Nein, nur die Uhr. Ich habe das Ding doch abgeschossen. Spawn bestimmt überall Gegner. Okay, hier hinten hätte ich lieber nicht sein sollen. Wo muss ich denn hin vom Communications-Tisch? Vielleicht da, in die Richtung weiter. Ach, da ist es. Da muss ich rein. Da hätte ich nicht den Alarm auslösen sollen. Das ist nicht so cool. Guck mal, hier. Auf dem Moment 64 ist das nur eine Wand an Bäumen. Quasi der Bereich, der nicht... Weil hier endet der begehbare Bereich, der einfach nur eine Wand wäre dahinter. Können Sie aber designen, wie Sie wollen. Obwohl, das ist auch nur eine Wand eigentlich. Aber hat trotzdem ein bisschen mehr Tiefe. Weil hier stehen zumindest ein paar nebeneinander. Nee, das ist der Falsche. Da wollte ich gar nicht hin. Da bin ich hergekommen. Verdammt! Irgendwas Rundes. Da musste ich hin. Auf jeden Fall. Von der Communications-Tisch sollte ich es eigentlicher sehen können. Hilft es mir vielleicht, die Ansicht zu adaptieren? Wieso ist die Weitsicht ja auch besser? Da ist es, das Loch, das nach unten geht. Ja gut, es wird keine Zeit, mit der ich den Cheat freischalten kann. Aber. Ja. Jetzt mal die ganzen... Die ganzen Loks. Was hier zum Glück besser klappt. Ups. Jetzt kann ich springen. Ja, jemand hier, jemand da. Klopp. Springen wir runter. Als N64 und als 360 Bond. Also ein bisschen zu. Das ist der Vajana, Part 2 Bunker. Satellite Control Bunker. So. Erstmal meine Objectives angucken. Hätte ich wirklich vorher machen sollen. Copy Goldeneye Key and Leave. Photograph Main Video Screen. Okay. Dazu müsste ich, glaube ich, auch das Equipment haben, oder? Zum Fotografieren. Egal. Mal sehen. So, nehmen wir die. Oh, da sind die ganzen Credits. Von wo schießt der? Wo bist du denn hergekommen? Direkt aus der sowjetischen Fangstelle hier. Die ganzen Level müssen tatsächlich auch für Multiplayer geeicht worden sein, ne? Damit man hier diese ganzen engen Verstecke hat. Es flutscht wirklich echt gut. Muss man sagen. Zack. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie ich die Bonds damals im Kino auch gesehen habe. Also die Brosnan Bonds. Zumindest die ersten paar. The Another Day hatte ich mir dann nicht mehr angeschaut. Wo sind denn hier noch welche? Das ist sowas wie der Morgenstirb nie. Golden Eye natürlich auch. Aber der Morgenstirb nie. Insbesondere, weil da ja auch Hamburg stattgefunden hat. Auch wenn es nicht gerade akkurat nachgebildet worden ist. Pick up the Golden Eye Key. Den. Hier hat der Typ auch. Der war doch auch nie in der Rolle, ja? Sicher schieß ich nicht. Aber da oben. Der bewegt sich immer weiter. Äh. In the main screen. So. Das ist the main screen, ne? Die Frage ist equipment. Camera. So, wie kann ich die Kamera denn benutzen? Objective be completed. Okay, ich muss das Equipment separat hier anwählen. Oh, die Waffe habe ich ja auch schon. Ich glaube, die kann man doch akimbo nehmen, ne? So ist es nicht. Vielleicht kann ich mir die Sachen durchs Menü hier dazu holen, weil es ja noch eine, in Anführungsstrichen, Beta ist. So, den Key habe ich doch. Muss ich den irgendwo anders anwenden? Oh. Oh, was ist das für eine Anzeige? Picked up a security card. Ich dachte, ich hatte schon eine. Jetzt flieht der Typ und hilft mir. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr damit. Guck mal, ich glaube auch einer der Gründe, warum das dann initiiert wurde. Oh, ich habe ihn im Hut weggeschossen. Ah, da. Akimbo, geil. Komm her. Ist das schon ein Level? Oh, copy the golden eye key and leave. Copy. Oh, was habe ich da verpasst? Ich hätte ihn kopieren müssen, nur nicht weg. Das war golden eye, war der Satellit, oder? Nachhalb der Story. Ah, eine Computer-Room-Key card. Ach, den golden eye key hatte ich gar nicht kopiert, ne? Frage ist, wo der golden eye key ist, weil den Schirm habe ich kopiert. Ah, hier habe ich die Klopp. Okay. Aber die ist hier, die hier ist tatsächlich ein bisschen besser. Da läuft schon einfach so rum. Take me to the mainframe, genau jetzt vielleicht zwinge ich ihn jetzt, die muss ich jetzt zwingen um mir die keycard zu geben Come disable the security, it shouldn't take long Das root-Passwort wurde geändert Knockers Soll ich dich jetzt erschießen? Soll ich dich jetzt raus? Soll ich dich jetzt raus? Frage ist es. Nee, mein Junge. Wenn er jetzt weg ist, kann ich überhaupt diese Mission noch schaffen, wenn er weg ist. Mit Dostoyev. So, also. Das ist schon ganz geil. So, die andere Objekte haben wir noch nicht geschafft, ne? Copy the Gold Nike. Frage ist, was ich dafür bräuchte. So, Equipment. Ich hab den aber jetzt noch nicht, ne? Check the F.A. completed. Oh, okay. Also, ich hatte ihn schon irgendwo her. Jetzt hab ich ihn kopiert, indem ich ihn weggeschmissen habe. Das heißt also, die Mission ist jetzt geschafft. Okay. Fotograf, satellite, minimise. Okay, also fotografieren, satellite fotografieren. Keine Wissenschaftler schießen. Müssen wir auch ein bisschen drauf achten. Oh, und die Missile sollte ich wahrscheinlich nicht anbannern. Ich müsste GoldenEye mal wieder schauen. Da ist die Rakete. Kann ich die jetzt schon fotografieren? Plastik-Sprengstoff. Schön mit einfach, die Rakete. Ja gut, das muss ich wahrscheinlich von anderswo erstmal machen. Mit dem Buntstift. Oh, shit. Dann können die auch wie beide mal auftauchen, hab ich das Gefühl. Krieg keine Wissenschaftler umnähten. Was liegt denn da unten? Circuit Board. Keycard oder sowas hab ich auch gekriegt. Bestimmt ein paar Türen aufmachen. Und dazu diese energetische Musik, ey. Schätze, ich muss hier von oben fotografieren. Aha. Ist doch ganz klug von mir, ne? Oh. Vorsichtig. Hier kann ich bestimmt aus Versehen wieder ein paar Wissenschaftler wegzwiebeln. Oh, Bodyarmor. Hab sowas wie Heilung eigentlich hier. Klassische. Das Door ist locked. Ah, aber zum Glück zeigt er mir an, wo die Keycard liegt dann. Sehr gut. Okay, da ist leider. Der hier auch. Ich bin auf beiden Seiten. Das ist natürlich nicht, ob das der richtige Weg ist. Da ist die Rakete. Oder. Oder auch nicht. Es kommen auf jeden Fall nicht Objective erledigt. Vielleicht gibt's auch verschiedene Wege. Das ist wirklich mit diesem Vorsprung hier. Das ist tatsächlich sehr Virtual Cop. So ist das das Ding. Ich fotografiere auch mal das. Das ist es. Das heißt, ich muss nur noch fliehen. Achso, minimals. Okay, ich hab bisher auch, glaube ich, kein Scientist umgenietet. Ich hab' nur noch raus hier. Ich hab' nur noch raus hier. Kann ich den Boss da nicht killen. Der Schöpke. Ich hab' nur noch raus hier. Okay. Okay. Das würde ich lieber nicht umballern, weil hier noch Scientist sein könnten. Okay. Das sieht nach Ausgang aus. Ich glaube, wir haben wir geschafft, oder? Jawoll. Okay. Rescue Hostages. Plant Tracking Buck on Helicopter. Also, auf den muss ich die Wanze draufpacken und ich muss die Geiseln retten. Vielleicht so eine Farmers hier. Was? Ups, ich sitze mir gerade. Hostage exek-executed? Habe ich schon, habe ich schon gefailt damit? Uff. Das könnte natürlich jetzt mir nicht so gut ausgehen, wenn der eine Hostage schon tot ist. Stand hier da unten. Na, wir schauen uns trotzdem mal um. Vor wir hier neu starten. Hostage-Release. Das klingt besser. So. Mir auch noch. Unter mir auch. Oh, wo seid ihr? Oh, geht ja. Da war ich schon. Verfirrend hier. Ja, der müsste mir aber, der müsste mir dann sagen, it's incomplete, wenn ich diese Hostage nicht mehr retten kann. Na. Da geht die Tür auf. Jetzt haben wir den Musik-Bug hier schon. Wo ist denn der Hubschrapp-Schrapp? Wo muss ich hin? Verwirrend mit den Türen hier. Die sind ja eigentlich... Ja, hier weiß ich, und hier sehe ich meinen Ausmaß der Zerstörung. Das ich hinterlassen habe. Hier war ich. Ich bin vielleicht hier in den Runden lang. Nope. Irgendwo baggert die mich an. Oh, da. Vielleicht habe ich, ähm, ein Kontingent an Geiseln. Das ist eine, die darf, äh, abnippeln. Aber der Rest nicht. Also, ich merke mir, das Ding ist, ähm, ist das Bug oder Heck? Kann ich nicht so ermitteln, ne? Ist hier auch keine Wasserbe... Doch! Hier weniger, aber mit der alten Grafik. Es bewegt sich nach da hin, ne? Oder ich zitter einfach. Ich weiß gar nicht, dass das hier aufgeht. Muss ja einer einem sagen. Dass das da aufgeht. Da sind hier bestimmt noch mehr Geiseln. Im unteren Part hier. Da geht es ja noch weiter runter. So. Tür geht zur einen Seite nur auf. Ich habe dich gerettet. Flieh. Schieß nicht auf die Geisel, mein Kollege. Nur auf mich. Rescue the Hostages. CS lässt grüßen. Nee, ich soll zur anderen Seite, ne? Oh, beide Objectives completed. Okay, das heißt, ich kann hier raus. Wahrscheinlich wieder aufs Boot zurück, würde ich sagen, oder? Gehen wir mal hoch. Wo war denn das Boot? Oh, oh. Oh, oh. Also das ist ein Kontingent an Hostages, das fliehen muss. Das ist gut. Okay, wie komme ich denn weiter hoch? Jetzt wieder, jetzt komme ich gar nicht mehr hoch. Ah ja, hier. So, Tracker Bug. Wir haben wieder aufgetan. Ist zum Glück nicht weggeflogen. Ist doch auf der anderen Seite. Wo ist mein Boot? Ein weiter, ne? Bist du mein Boot? Komm mal außen lang. Okay, das ist das Bug hier, wo es so spitz zuläuft. Also es ist am Heck. Flugzeug gewesen. Das ist der Flugflug... Da ist das Boot. Flugzeug gewesen. Vorsichtig, nicht ins Wasser fallen. Okay, Puff. Schnell die Krawatte nochmal festbügeln. Dann passt das mit dem Nachbarn. Sieben Minuten. Okay. Ja, ist okay. Können wir machen. Ein Prozent Head Hits. Body Hits hauptsächlich. Sind wir wieder im Eis. Kann man ein bisschen Action machen. Also was sind die Objectives hier? Break Communications Link. Gain Entry. Also wieder etwas ausschalten. Die Verbindung kappen. Das ist ein Dreier-Kombo mag ich. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp. Tipp, tipp. Die Gegner wegzuzimmern. It's fun. Sogar vom Weiten weg, ey. Hat er aber auch verdient. Ich hab gar nichts. Oh, brauchst du eine Falle. Okay, oh. Das ist so schön gerollt, wie der Arsch. Das ist keine Waffe. Geht schnell leer. Mit die AK, obwohl ich damit nicht so viel Schuss habe, aber... Rekt schon. Habe ich fast gesagt, aber vielleicht ist noch nicht so sehr gereicht. Was der auch anhalten muss, ne? Um auf mich zu zielen. So, Break Communications. Hier ist echt gar nichts. Oh, ich weiß nicht mehr, in welcher Richtung ich glaube, wenn das sind Gegner, oder? Ah. Da. Communications. Okay. Da war gut. Können wir den Level hier einfach wiederverwenden. Komm. So ein bisschen explodierende... Du hast lockt? Kann ich angehen. Die Tür ist aber offen. Was? Türen sind zu. Ich hab doch eine... Das heißt, hier ist mir eingefallen, wo es mir eingefallen wäre, jetzt. Die mag ich nicht. Ui. Das war nicht so cool. Du hast die Standard. Ich kann auch nicht versuchen, das Ding zu zünden jetzt. Mit meinem Handkantenschlag. Oh, fuck. Hab ich scheiße gebaut. Hm. Das letzte Mal wäre der Computer dahinter. Die da auftauchen ja alle immer. Okay. Kann ich jetzt nicht so durchlöcheln, damit sie nicht funktioniert, ne? Verdammt. Ich muss diese Mission neu starten. Eventuell, ne? Wenn das wirklich meine einzige... Wirklichkeit war. Okay. 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 Vielleicht finde ich noch irgendwo anderswo, explosiv. Material. Gut. Starten wir die Mission neu. Bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Ähm. Aborten Mission. Aborten Mission. Wir sind hier eingekommen. Also nicht mehr die Hälfte. After the pirate left, the only way you can get is drop from spy plane. Briefing. Disable the troop helicopters if nothing can be removed and destroy surveillance cameras. Right. I've altered the standard one to take a 10 second fuse. It's only one, so don't play around with it. That should take care of the helicopter. That should take care of the helicopter. Okay. Wenn ich das an welchen Helikopter, wo der auch immer sein soll, wenn ich den das da ran packen soll. Es hat einen 10-Sekunden-Timer nach dem Dranheften einfach, damit es dann explodiert, wenn der Helikopter losfliegt. Wobei 10 Sekunden mir sehr sportlich erscheinen. Es kann sein, dass die Miten auch nicht wirklich was damit zu tun hat. So muss ich ein bisschen mehr Weizsicht, glaube ich, ne? Nur mal kurz so. Ah, diese N64-Optik, ey. Aber es ist wesentlich flüssiger übrigens als N64, also immerhin etwas. Ich habe mich auch versucht, einfach so zu simulieren, wie so ein N64-Level aussehen würde. Halten wir uns mal hier außen. Eine Map wäre cool gewesen, Leute. Also Q oder M. M wie Map. Ich muss den Eingang finden. Der Hubschrauber, da ist er. Der Hubschrauber. Ich habe den Eingang. Ist damit Objective A. Ist nicht. Es geht immer noch um den Kommunikation, weil da am Hufschrauber ist, da haben wir es immer noch, am Hufschrauber ist der Eingang. Eigentlich muss das der Kommunikation sein. Was sein könnte, vielleicht ist das eine Mission, die mit dem Hufschrauber, ich kann das zwar hier machen, aber ist eigentlich für den schwereren Schwierigkeitsgrad gedacht. Das könnte es natürlich sein. Hier komme ich ja nicht durch. Gut, dass ihr nicht ziehen könnt. Hier komme ich ja auch nicht durch. Das Ding durchlöcheln ist wahrscheinlich Quatsch. Irgendwie müsste ich da rein. Irgendwo spawnen die Gegner. Wie kann ich das da öffnen? Die Gegner haben einen Spawn. Schwimmt schon. So, irgendwas in einer der Hütten. Kann ich eine andere Mine finden? Der ist neu. Komm, Rumski. Chauschgeige. Da ist es. So, okay, also ich brauche den Commeroom-Ski. Das kann ich auch machen. Der Hubschrauber ist zerstört. Auch wenn das nicht meine Aufgabe war. Aber, ähm, ich habe sie trotzdem zufriedenstellend erfüllt. Dann haben wir diesen Level auch gleich und sind quasi bald bei Halbzeit. der Blur, der Blur von der Hubschrauber ist. Und ich weiß nicht was ist falsch, Commeroom-Ski. Das ist korrekt. Yikes! Das war nicht so was. Das ist geschafft. Failed. Wirklich? Failed? War das verarscht oder was? Ich probiere jetzt mal reinzugehen in den Bunker, wo auch immer der jetzt war. Wax! Falsch! Falsche Taste zum Nachladen. Muss ich einmal checken, ich weiß, wie richtig rumlaufen. Was glaube ich hier rum? Ist ja wieder ein anderer Eingang. Ist das der, wo ich vorhin gewesen bin? Hier komme ich auch gar nicht mehr rein, ne? Das ist dahin, wo der Hubschraubschraub war. Also es ist die gleiche Map anscheinend. Hier ist der Hubschrauber. Den habe ich aber ordentlich gewamst. Mal sehen, was passiert hier. Break-Communications-Link. Ich habe nur die PP7 oder das ist die Walter PPK eigentlich. Scheint hier nicht was von Mission Briefing gerade. Pirate Helikopter. Only way you can get the Krippi-Dok-Revel-Spyplane. Disable the Troop-Helikopter. Destroy the surveillance cameras. Vielleicht hätte ich den Computer zerstören sollen, statt... Ich hätte den Computer zerstören sollen, statt versuchen ihn abzuschalten. Oder ich probiere es jetzt noch einmal. Sonst checke ich einmal ab, was der eigentliche Lösungsweg ist. Das wäre jetzt Quatsch. Auch alle erst nachträglich umfallen. So, die Hütten abchecken. Mal. Die K. Was ist das? KF7? KV7 ist auch jetzt. Ich nenne sie einfach AK, auch wenn es falsch ist wahrscheinlich. Der Buntstift. Aber sie gefällt mir. Ich werde auf den Computer jetzt draufballern. Wenn das nicht die Lösung ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Hütte weiß nicht. Die ist es wahrscheinlich auch nicht. Nope. Die könnte es sein. Oder auch nicht. Dann ist es die. Dann zimmere ich auf den Scheiß Computer drauf. Oh, warte mal. Hier ist es. Da ist der Kormumski. Jetzt werde ich auf diesen Scheiß Computer draufballern. Akimbo werde ich draufballern. Drecksrechner. Bitte. Okay, damaged, aber jetzt kompliziert, okay. Da muss ich jetzt nur noch den Hubschrabschrabs wegschradeln. Wo war das hier? Jetzt juckt mir das Bein auch noch, okay, das war der alte Eingang. Hier ist der Hubschrauber. Ja, wenn man weiß, was man macht, ist die Mission wahrscheinlich auch in zwei Minuten schaffbar. Ich muss das mal auf N64-Style an. Das ist der Hubschrauber. Das ist der Hubschrauber. Und es ist dann und ich wurde gefangen. Willkommen zu Severiana, Severania, Comrade. Willkommen, Comrade. Willkommen, Kamerad. 33 jetzt nur. Recover CCTV-Tape, also Überwachungskamera-Tape. Escape is Natalia. Wie ist die Rolle von hier unsere bekannten Schauspielerin. Xenia Onatop. Ich glaube, es wäre Cellmates Bond. Famke Jansen war Xenia Onatop, glaube ich. Wer bist du überhaupt? Was wärst du denn? Mein Name ist Bond. Jamse Bond. Ich bin Natalia Fyodorowna Simonova. Mein Vater hat Ich freue mich, dich zu treffen, Natalia. Warum wurde es eingesperrt? Sie denken, dass ich ein Verräter bin, ein Landesverräter. Dass ich meine Landeskameraden verraten habe. Und hast du es? Natürlich nicht. Umodorf hat das goldene Auge gestohlen. Ziemlicher Unterschied. Colonel Akade Gligodovic, Umodorf? Ich habe ihn schon mal getroffen. Woher nachher? Was bringt sich nach Sibirien? Sibirien? Wie Jans Bonde. Der ist sehr frei für einen Spion. Ich arbeite für die britische Regierung. Ich suche nach einem geschwollenen Helikopter, aber das ist ja auch egal. Sagt Natalia. Boah, ich hoffe, dass man diese ganze Arie nicht normal machen muss. Du bist ein Spion nicht mehr im Verräter. Wir waren erschossen. Ich habe einen durchdachten Plan. Sagt Bonde. Hilfe! Da sehe ich doch, das ist doch kaputt hier. Oh, warte mal. Welches Gadget habe ich denn? Meine Uhr habe ich doch. Oh, ich werde krank sein. Oh, ich werde krank sein. Aber ich sehe schon Freis. So. So, ähm, escape ist Natalia und Recover Tape. Ich muss dieses Tape finden und ich muss darauf achten, dass Natalia nicht wegnippelt. Wo willst du, Natalia? Oh, ich habe noch einen Safe Key. Ui! Uuh! Nein! Kollege! Ich will doch die Waffe aus! Holy shit! Natalia, mach doch mal was! Ich drück die falsche Taste, ey. Ich bin vollhorst. So. Was? Jetzt hört mal auf zu spawnen, die Affen. Ist doch was lockt, was? Oh, jetzt habe ich sie aus Versehen erschossen. Dumme Natalia habe ich aus Versehen erschossen. Oh. So. Dann lass mich doch gleich die Uhr benutzen. Labere ich nicht lang mit der. Ich habe die Uhr noch. Verdammt, das habe ich ganz vergessen, ey. Ist mir egal. Für den Handkanten schlage. So, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Rufmesser, ey, was für ein Quatsch. Hey, ich hole dich nachher raus. Ha! Das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung. Ich hole dich nachher raus. Sag mal. Sag mal. Scheiße, und ich kann diese Kackmesser auch aufsammeln, ey. Ich pickte ab S-Safe, okay, aber nicht für den Safe. Ist ja auch klar, dass die Saves leicht... Wo kommst du denn her, ey? Ich hole dich nachher raus. Meine Dame. Okay. Vielen Dank. Das ist wohl zu. Aber manche Schwäche. Und du lebst nicht? Das ist ein Video-Cyp. Das ist ein Video-Cyp. Das ist ein Video-Cyp. Das ist ein Video-Cyp. Das habe ich auch mitgenommen. Ich hoffe, dass sie mir wirklich hinterherkommt jetzt. Hier geht es bestimmt raus. Hier sieht es anders aus. So, selbst das ist eine Lage weggezimmert. Bestimmt noch mehr von denen. Uff. Wir sind im Kreis gelaufen hier, oder was? Was war das umsonst? Ich glaube, der Shit war umsonst. Er hat nur im Kreis gelaufen. Ich habe hier noch seinen Hut. Ich habe hier noch einen Schwerpunkt. Ich habe hier einen Schwerpunkt. Ich habe hier noch einen Schwerpunkt. Ich habe hier noch einen Schwerpunkt. Ich habe hier noch einen Schwerpunkt. rotest. Da ist sie. Hier sind wir. Das ist ja die Anlage, ey. Lauf doch nicht da, wo die Blaue sind. Du dummer sau. Oh, ist das blöd. Oh, ist das blöd. Oh, ist das blöd. Gut, sie noch nicht rausholen. Erstmal alle Pinner killen. So. Oh, Mann, ey. Klingt doch der Schlüssel so groß. Zack. So, erstmal nicht. Ich weiß, dass die Pinner aber spawnen. Das ist umso schwieriger. Ich kann es nicht erstmal freiräumen und so. Das ist Tape. Ja, aber fertig ja hier. Das war's auch nicht. Kriegst du mit der Natalya an, oder was? Piktor, ich kalt so. Das war, glaube ich, der Central Control Room. So, in welche Richtung gehst du denn in den Hauptraum, meine Liebe? Das war ja nicht halt zu weit von hier. Jetzt kommen wir, wenn ich den Weg schon mal into Saab. Central Control Room. Nicht hier runter, oder? Ach ja. Lass mich weich aber erstmal erledigen. Dann bin ich wieder in Bredouille gekommen. Ich weiß, wir werden jetzt eh wieder gleich hier sein. Aber ich hole Natti mal hier. Ich gehe jetzt einfach schon mal vor ohne dich. So, diese ganze Scheiße brauchen wir nicht. Nicht der Raum, der Raum hier. Und jetzt kommst du gleich hier zur Tür rein. Da, da bist du. Komm. Kannst du sagen, wir gehen gleich in den Hauptraum. Komm. Komm, komm. Hier. Du wolltest dir auch hier den Computer angucken. Da ist gut. Wolltest du hier nichts vorgegucken? So. Genau. Check the main control console. Jetzt sind es. Laute Arschlöcher hier. Ich hab's hier auch fast wieder abgeschossen. Ich hab' nicht mehr so viel Energie rein. Ich hab' nicht mehr so viel Energie rein. Ja, Natalia. Bin durch. Lass uns hier raus jetzt. Komm. Oh Gott. Danke sehr, ey. Was für eine Mission. Oh boy. Alter, 500. Oh, wer könnte Janus denn bloß sein? Locate Helicopter Rescue Natalia. Find Flight Recorder. Oh. Ich glaub' fast. Ich brauch' ne Pause hier erstmal. Aber für euch sollte... Ja gut, wir sind bei der Hälfte, oder? Ich mach' erstmal ne Pause. Für euch sollte aber keine Sekunde vergehen. Bis gleich. Yo. So, kleine Pause gemacht. Machen wir weiter mit Statue. Schauen uns an, was... Ach ja, da waren ja die vielen... Boah. Die vielen Objectives. Contact Valentin. Confront in a mask. Locate Helicopter Rescue Natalia. Find Flight Recorder. Let's start. Den kenn' ich doch. Stich direkt an eine Statue. Da zeigt der Finger. Ganz andere Finger. Uff. Geht schon los hier. Okay. Wo sind die denn? Oh, jetzt hat die keinen Silencer. Nachher hat gar keinen Silencer. Guck mal. Oh, das sieht ja komplett anders aus auf dem N64. Ist die Sichtbarkeit besser auf dem N64? Schon arg dunkel hier. Aber gut. Er ist relativ straightforward, würde ich sagen. Müssen wir uns erstmal reinschaffen und dann wahrscheinlich die ganzen... ...die ganzen Objectives erfüllen. Was ist das? Das sind keine Leitern hier. Ja, ja. Okay, doch. Jetzt... Hier hat man ein bisschen mehr Licht. Ist das eine Ausgrabungsstelle? Eine Baustelle? Ich kann das eben nicht mehr wirklich mit dem Film assoziieren. Ja, wir sind bei den Hollywood-Buchstaben. Für den russischen Hollywood-Buchstaben. Habe ich hier nochmal rauflaufen können, oder? Ne, doch nicht. Selbstmesser Level. Mal so einen Container hier. Oh! Robbie Coltrane. Good evening, Mr. Bond. These are strange times. Hm. Hätte nicht gedacht, dass ich... ... Ihnen helfen würde, aber es hat sich geändert. Hier einiges in Russland. Janus wird sie bei Lenin-Statue treffen. Das ist ein Verräter. Der Kosaken. Ich muss jetzt los. Aber... Objective A completed. Okay. Confronted an Mask Janus. Wer könnte das sein? Also, Robbie Coltrane hat mich gewarnt. Aber ich weiß schon, wenn da Schusslöcher sind, oder? Wo auch immer der hingeht. Na gut. Lenin-Statue, wo bist du? Ne, ich bin von hierher gekommen. Da sind die CCP-Buchstaben. Wo ist der Johnny? Ich habe da nämlich angeschossen. Da. Wo sind denn noch mehr solche Dinger? Oder ist es der gleiche? Doch, es ist der gleiche, wo ich vorhin war, noch? Weil der Container daneben steht. Was sind die Einschusslöcher von mir? Ne, die waren vorher schon vorhanden, oder? Ganz andere Einschusslöcher. Ratata, Ratata. Ratatouille. Jetzt mal kurz. Mal hier kurz schauen. Meine Lautstärke. Nicht zu wenig. Okay, also. Die ist Munition verschwendet, um die Lautstärke auszutarieren. Was sind hier bei den... Che-che-peh. Ich würde gerne eine Lampe einschalten. Muss ich sagen. Können wir sehen, wo es hier hingeht. Da ist die Lehnenstatue. Ein bisschen anders aus. Oder soll, kenne ich ihn noch. Hier. Den anderen Arm hoch. Good evening, Mr. Bond. Wo bist du? Da. Ah! Shit. Put the gun away, habe ich nicht gelesen. Restart. Also schon... Ah, okay. Okay. Und mal fix. Also mit Robbie Coltrane sprechen. Die Waffe wegpacken danach. Damit ich mit Janus sprechen kann. Respektive. Wir wissen ja, dass es schon Bien ist. 006. Du bist dein Verräter? Aber ich dachte, du bist gestorben damals. Ich habe um dich getrauert. Mal schön nachladen nachheben. Da sind Buchstaben. Da müssen wir bald beim Container sein. Nicht zu vorheilig sein. So. Ich finde das toll, ey. Vor allem auch hier perspektivisch. Also jetzt ist er... Ja, und wegen... Wie groß erscheint die Waffe vor seinem Gesicht? Also es sieht auch schon dämlich aus. Aber hier sieht es ja noch dämlicher aus, ne? Mit dem Detailgrad. Ja, ich gehe schon los. Also hier lang war richtig. Wo haben wir Gegner? Ne. Äh, doch. Doch hier lang. Das ist ja eine Hütte. Wäre ich mir auch sparen können. Den Hüttenkäse hier. Da. Weiß ich, jetzt bin ich wieder zu... Äh, ne. Wie bin ich denn im Kreis gelaufen hier? Warte mal. Hä? Ach, ich bin doch zurückgelaufen. Hier bei den Einschusslöchern lang. Da ist die Hütte, aber nein. Hier bei den Sternis. Dürfen wir gleich in den Stadus hin und die Waffe wegpacken. Jetzt läuft er weg. Die Mission ist nicht geschafft. Die Mission ist nicht schlecht. wo ist denn jetzt die statue good evening 007 keine grafe ja habe ich nicht du bist janus ich habe dir noch getraut der msx hält wieder zurück von den toten vertrauen kann auch nicht gerechtfertigt sein meine eltern haben den briten vertraut aber wir würden wie alle kosaken aus lebens verraten was hast du mit natalia gemacht das mädchen ich habe sie mit dem piratenhelikopter am park eingang gelassen ich habe den goldenei jetzt ich habe den schlüssel für goldenei übrigens der helikopter werden in drei minuten explodieren ich bezweifle dass sie überlebt sind die mitten im schuss frage ist wo geht es jetzt weiter der flugschreiber ist der flight recorder oder bedeutet flugschreiber das der helikopter erstmal abstürzen muss ich glaube ich muss wieder anfang zurück mal sehen ob das tatsächlich so stimmt also bis darauf dass die musik aussetzt funktioniert die beta hier eigentlich ganz fein also steuerungstechnisch spieltechnisch ist eigentlich kein großes problem da ist der eingang oder ne noch nicht ich schalte auch ab und zu mal um einfach um zu sehen objektiv c completed rescue natalia komm natalia komm zu mir quickly this way er explodiert gleich so und jetzt den flugschreiber mitnehmen aber da liegt kein flugschreiber da liegt kein flugschreiber kann der flugschreiber sein da wartet sie auf mich da liegt was scheiße ist nur ein shotgun irgendwo ballert jemand wo ist das der flugschreiber der ist aber recht weit geflogen ne aber glaubt wir haben es geschafft direkt durch den eurochopper was wieso habt ihr natalia umgenietet wie wisse sie hat natalia umgenietet das ist doch nicht euer ernst jetzt oder hier macht mich alle fertig na gut weil ich anscheinend zu lang gebraucht habe ja jetzt wissen wir was wir machen müssen fuck it wir beeline alle pulle direkt durch ich muss ab und zu mal wechseln zwischen in 64 und dem anderen mal ist hier besser beleuchtet mal so das kollega quatsch mit mir robbie coltrane mach deinen sermon unbewaffnet schnell den flight recorder finden bevor natalia umzingelt ist wieder aber ich habe sie nicht abgeschossen ich habe jemand anderen abgeballert die müssen natalia abgeballert haben am ende so macht mein spiel auch länger ey mensch janus dass du ein korsaken verräter bist war ein guter film so robbie coltrane macht sich vom acker das ist er doch ne oder kriechen durcheinander jetzt die ganze zeit sieht aus wie robbie coltrane sieht aus wie robbie coltrane jedenfalls ach ne hier lang am tor da stehe ich nun ich arme tor er lässt mich nicht vorbei ich gehe hier rein bin oh body armor ja geil das hilft mir das hilft mir tatsächlich dass ich da noch meine body armor aufgeschnappt habe ähm aber ich bin trotzdem hier falsch boop 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 da lenin staat oder so ich hoffe das sind jetzt nicht die gegner hinter mir wo sind sie good evening mr bond lass deine cutscene ab Alec du bist janus wer hätte das gedacht janus pupanus ihre shot kann es sehen so aus also in der neuen version da halten ja weniger als ob die da schon äh als ob die da gerade einen schuss abgelassen haben der aber mitten so gefreezt ist ne wie so eine kleine so eine explosion muzzle flash oder so sieht das aus so kann ich den text irgendwie beschleunigen it's a golden eye das goldene goldene eye geil so schnell wieder zurück schnell wieder schoddy ins dein gesicht uff ich bin den eigentlich so vorbei weil wir spawnen die nicht wieder das schaddy ist nicht gut ich mag sie irgendwie nicht hier scheiß lehnen starte falsch rum so so hier mal vorbei an den nicht in der gleichen scheiße Sackgasse wie vorhin hier beim Tor boah ach Gott das ist echt so ein Labyrinth ey Labyrinth muss ich nicht sagen muss so die Hütte nicht hier in diesem Gedönse vorbei jetzt komme ich wieder beim Container an da ist der Container Buchstaben anderer Container durchgang 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 wie bitte ich hoffe das ist richtig eh ne 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 anderer Container gehen wir mal hier lang ok nicht hier doch das scheint richtiger zu sein doch hier rum ist richtig huja ok ok in der Teile we're cutting it close aber wir sind gleich bei dir ich mal Gott Teile steh auf steh auf lauf zu mir mal bis jetzt okay so Flugschreiber wo die schalte umschalten irgendwo war der hingeflogen ich weiß er war doch hier vorne oder nicht hier unten irgendwo wo war der kackflugschreiber oder dauert es eine zeit bis der spawnt schreiber scheiße 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 wo ist er ich hatte ihn doch da war der flieger hier unten hätte ich jetzt gesagt wer ballert mich denn an du ich verstehe gar keine statue im original kommt das ist doch unfair gerade der flugschreiber kaputt gemacht ich hoffe nicht also nochmal wo habe ich denn das letzte mal gesehen also der flieger guckt in die richtung die brauchen zwei meter schotten mindestens flugschreiber wo bist du flugschreiber ich habe das letzte mal doch gesehen der flugschreiber der kann heute war noch nicht so weit weg gleich hier zur seite mal ich fühle mich jetzt ein bisschen blöd da ist die hand küsst die hand schöne frau meistern ihre augen blau trillili trillilo trillila ha 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 wo ich guck mal weiter vorne das kann ja nicht sein ich kann den noch nicht die ganze zeit hier killen ok dann gehe ich weiter runter ich meine dass es hier vorne war hier vorne irgendwo oh nein schotti ist der das guck mal wie weit nach hinten der geflogen ist ok ich muss also einen halben kilometer weit laufen dafür aber jetzt müsste ich aufpassen und das material in die stelle war jetzt ist alles wieder bestimmt voll mit assis ah mr bond mischkin ich bin ich bin Mr. Bond. Wie er da rumsteht. Es ist komplett. Okay, ich muss mich gefangen nehmen lassen. Es war gescheitert, weil ich auf die geballert hab, ey. Oh, holy fuck. Gut. Da sind wir jetzt bei Halbzeit. Escape from interrogation fight Natalia. Escape with Natalia. Okay. In Sam Petersburg. Das ging aber gut. Pick up some ammo. Also ich hatte vorhin keine ammo. Das ist ein Eindruck. Okay. Okay. Oh, ein paar die ammo. Oh, ein paar die ammo. Oh, ein paar die ammo. Das ist schon. Du-du-du-du-du-du! Schöne Fotos. jetzt habe ich wieder munition heute eigentlich noch von euch eigentlich ruhige sekunde haben und es von punkt und eine ruhige sekunde haben und da eigentlich gucken wie die abkästen aber nur standard poster hier haben die richtige fotos schein von den entwicklern vielleicht ich bin hier gelandet gerade 1 drücken der granate zu werfen aber die muss man hier separat auswählen das ist nur unser anacony cover hier hier oben ist eh arsch wenn ich hier runter die ak ist sowieso besser das sind auch alles tülen alter labyrinth scheiße wir bauten sowas explodieren die kisten wirklich das sind noch kisten da ist noch nichts drin hier unten ist ein bisschen kissi ne tür da ist die tür selbst wenn ich nicht aufmachen kann wenn der schlüssel fehlt und natalia bist du da sieht gefängnissig aus ja es sind außen sind es da die außen sind auch ich muss ihn mal anders hinsetzen das ist nur mit der kodex weh gar nicht ob ich hier schon war ja ok wenn ihr euch selbst umbringt bin ich wahrscheinlich vorhin durchgegangen ja hier war ich schon ne da war ich schon ja für safe der safe ist es ja wir wollen nicht dass die missionen so schnell zu Ende gehen jetzt ne ok hier hatte ich geschaut kann ich damit geheimwege aufmachen wahrscheinlich nicht ne so uah arschloch arschloch das door is locked deswegen geht sie jetzt auf ne das war wirklich verschlossen die hier weil das bücherregal davor ist ne ok hier sind die gefängnisfenster oh hier komme ich raus super gut oder auch nicht hier ist gar nichts wieder der richtige ausgang noch ein weg für natalia obwohl es könnte der richtige ausgang sein wenn ich natalia mal gefunden habe ich laufe hier im kreis die ganze zeit ein bücherregal eigentlich kaputt nein diese fenster hier wieder nach draußen zeigen das könnte im verhörerraum gewesen sein hier schönes glow up mit den postern ach ok noch mal hoch hier runter gehen das sieht gut aus verhörscheiße hier verhörscheiße aber bin ich hier raus gekommen aber sie war nicht hier drinnen aber sie war nicht hier drinnen boah hier vielleicht auch nicht hier bin ich hier irgendwo raus gekommen oder jetzt muss der raum mit den drei johnny's keine natalia hier jetzt sind wir schon bei dieser bücherei scheiße aber immer noch im ersten stock was hat uns dieser aufgang zum dach denn gebracht hier sind nämlich hier sind auch nochmal türen jetzt wieder runter ich versuche mal nicht runter zu gehen das ist doch hier eindeutig ne das gegenteil von eindeutig zweideutig hier geht es weiter hoch also hier hinten ist das dach aber ich kann hier eigentlich nichts machen ist auch viel zu dunkel ich kann hier auf der anderen seite auf viel zu labyrinthisch ey hier geht es nicht mal runter das ist einfach nur zu gucken ok keine tür ich will gar nichts hier jeiks oh ja vertriebele dich wo laufst du denn hin ich folge dir einfach du scheinst zu wissen wo es hingeht gut ich folge dir nati ich folge dir nati wie careful we're set gun folgst du mir jetzt ach jetzt folgst du mir ja die eine tür draußen ich glaube fast das ist es inkomplett obwohl da nichts war ist das ja schon mal was was ist denn hier los war auch schon vorher so ok naja nichts falsche seite natalia was läufst du denn auch hier herum das ist doch quatsch aber hier hoch ne warte mal von hier kommen wir oh ich bin ein idiot der ist doch komplett richtig das was wir gemacht haben ja ok hier sind wir gestartet dann hier runter dadurch auf der anderen seite hoch oh hier war ich ah hier bin ich da muss ich hoch und sie retten und hier dann den weg nach draußen nehmen weil gleich kratzen wir ja wieder ab ich weiß noch nicht öh bin ich doch wieder hier irgendwo um da ist richtig das sieht gut aus Boutchock ne falsch bist du mal bei mir meine Dame ich warte auch gar nicht auf sie hier war nix irgendwo geht es aber runter hier geht es sollte ich hier runter ja ja nee ja ja jaja jaja hier hier und hier ich bin fast draußen hier hier sind sie safe kein ah ja der ist safe Das ist immer verschlossen. Ich habe die Tür gar nicht. Okay, ich hoffe, dass sie mit mir mitleist. Irgendwo hier war das doch. Wo hier? Bin ich von der Seite hingekommen? Ich will hier nicht nochmal hoch, aber ich gehe nochmal hoch. Okay, nicht vergessen, wieder zurückkommt er irgendwie. Dann gehen wir hier wieder runter. Ich habe mir den fucking Weg merken sollen irgendwo. Hier, so, solche Türen. Oder? Zu der Library-Windows. Ja, hier. Boah, ey, sag ich es doch gleich. 14 Minuten. Ach, Gott. Panzer. Geil. Die Panzer-Mission, ne? Bist du immer auf eine Natalia? Bin die meisten bei den Casualties. 5 Minuten. Die Wand. Das war's für heute. Okay, das sieht schon ein bisschen anders aus hier. Überfahre ich einfach. Oh, aber ich sollte auch gut fahren. Nein! Ist das hier richtig? Weiß es nicht. Okay, ich kann nicht gleichzeitig nach vorne. Das war auch eine Sequenz im Film. Das ist die Schlüssel-Action-Sequenz. Wie Pierce Brosnan da geil mit dem Panzer rumjuckelt. Ja, die Minen erstmal kaputt machen. Bevor wir drüber fahren, wollte ich das sagen. Wir fahren gleich mit der Mine rüber. Komm, komm, komm. Hey. Ich sollte nicht mehr suchen, den er ging. Jetzt haben wir es aber. Oh, wir haben es sogar geschafft, oder? Tatsache. Cool guys, don't look at explosions. Panzerfahren war nicht so geil. Locate Jovalian's Train. Den Zug ausmachen. Mache er aus den Zug. Woher immer der Zug ist. Echt? Hat er keine andere Waffe gehabt? Da. Ne Deutsche. Schrift fast die gleiche. Ich schieße keine Tür, oder so. Ich habe gerade Akimbo geschossen. Die schießen alle Akimbo, ne? Oh, mit her geht es auch. Ich schieße ja auch mit her. Ich schieße ja auch mit her. Ist das nicht schön? Nein. Ne, hier habe ich gestartet, ne? Oh, der sieht da nicht aus. Da sieht nach Zug aus hier fast. Das ist ja fast Zug? Hier ist er bestimmt. Keine. Das war nicht. Tja. Bist du das. Das war nicht. Aber es effective. Tja. przekine aus. Das ist tatsächlich geklappt hier. Pick up the safe key. Da steht einer, oder? Wir müssen inzwischen safe finden. Okay, irgendwie hier muss noch mal so ein Durchgang sein. Das ist immer nur Body Armor. Okay, irgendwie hier muss noch mal so ein Durchgang sein. Da sieht was nach einem Zug aus. Nein, die sind da wo ich angefangen hab. Die Manni fertig. Zum Glück, so sind die Waffen eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob ich damit irgendwas machen kann. Ahhhh. Häusle. Leitung. Kann ich der Leitung folgen? Kann ich der Leitung folgen? Nummer 8. Nummer 8. Röps. Nummer 8. Röps. Röps. Body Armor. Röps. Oh. Okay. Okay. ist lockt, aber warum? Die ist nicht lockt. Ja, wo ist hier? Das ist der Zug. Oh, ich hätte geschossen fast. Jetzt hat er von allein geschossen. Gut, dass die nichts können. Ich glaube, wenn ich es durchhabe, kriege ich mir Golden Iron Man an. Jetzt hat er natürlich gar keine mehr von den Waffen, no? Keine Doppeldeutsche. Ich dachte, ich hätte hier noch einer rumliegen. Na gut. Das ist jetzt wirklich Richard Corp. Pur. Ich soll mich hier eigentlich wahrscheinlich ducken in den Ballern. Ich mach das. Das soll ich ja wirklich wohl nur eine deutsche haben. Reload! Reload! Wir wären 64 Kaffee gang. Oh, nicht die Handkannenpfleger. Wechsel keine Waffen kriege. Das ist keine gute Idee. Hui! Direkt aus der Toilette hier bei den, no? Wo ist das Brake Unit? Das ist ein sehr langer Zugang. Ich soll hier nicht mal Armor oder so. War so ein bisschen aus. Doris Locked. Ich fand irgendjemanden, die Kick halt nicht mitgenommen. Doris Locked. So viele können von euch doch nicht hier sein. Manche Sachen sind Türen. Andere wiederum nicht. Da hab ich von allen Leuten ich hätte was mitnehmen sollen. Eventuell. Aber die Dinger kann ich nicht aufmachen. Oh! Oh! Kabinen, sie! Okay, da hab ich den nicht gut aufgemacht. Das sind so Eckkabinen, sie. Toiletten. Gott, jetzt sag ich mir nicht, dass es nirgends eine Einzelkabine drin ist. Das, was ich suche. Das ist Locked. Äh. Manche haben durchsichtige Türen, andere wiederum nicht. Boah, das ist ja wirklich affig. Irgendwo wird hier noch ein Gegner sein, der Keycard, nicht raus gucken. Manche Türen sind verschlossen. Die Türen auch nicht, das sehen kann man eh nicht so viel, enorm verwirrend. Ups, das ist explodiert in den Kisten, wie fertig ey. Warum explodiert in den Kisten? Was haben die denn drin? Was habt ihr denn drin, dass sie so explodiert? Kann man doch nur singen. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Hier ging die zweite Stufe dann nochmal. Da ist es nun passiert. Warte ich ja, also der Zug ist enorm lang. Muss man sagen länger, als er eigentlich sein sollte. Okay, das ist dann der Anfang hier. Wo ich gestartet hab. Die Frage ist, wo wir was übersehen haben. Wir gehen nicht kaputt, ne? Das sind wahrscheinlich nicht die Break-Units, würde ich mal sagen. Die haben wir ja alle uns angeguckt. Ist das ne Tür? Ne, nur die Toilette ist ne Tür. Hier. Hier waren wir schon überall drin. Was könnte es denn sein? Diese Dinger, die gehen eben nicht auf. Das sind auch zu schlecht texturiert, dass das hier aufgehen. Habe ich hier? Ne, das ist nur eine Toilette hier, ne? Ne, ach ne, das ist der Spezial-Bit. Hier waren die Doppel-Toiletten. Genau. Hier war ein Hut. Und noch einer. Die sind schon zum Platz gebracht. Toilette. Die Doppel ist lockt. Gummizelle. Gissen, die zerbrochen sind. Die Doppel ist lockt. Dann komme ich hier raus. Ist irgendwo ein Dach. Sonst muss ich kurz Pause machen und checken, was es ist. Weil ich verstehen tue ich das nicht. Oh, was ist das? Oh, Laseruhr. Kannst du dich auflasern? Hm, was ist denn hier das Rezema? Wir müssen jetzt nicht zurücklaufen und... Oh! Objective-A completed. Waren tatsächlich die Break-Dinger? Kein Übersehen. Lass mich fragen. Jetzt ist offen hier. Let's close enough. Time for one shot, the girl or the mission. Okay, I've done it. She's still doing it. How beautiful, Natalia! Rescue escape to safety, okay. Do you want to use computer action, Natalia? Boris, copy it on the files. He's in Cuba. kommt jetzt heiliger oh shit ich müsste das so aufmachen müssen ja also tot ist er double kill triple kill escape the safety was bedeutet escape the safety hier ich probiere es noch einmal und dann gucke ich was potenziell die lösung ist ich weiß ja jetzt was gefragt ist ich kann vielleicht muss ich die mit der laser mit der laser uhr aufmachen den weg nach draußen so ich muss mal gucken wo das sind die break units also mal gucken wo sie sind ich habe das gefühl wird sie jetzt viel mehr getroffen als vorher bin ich aber auch einfach nur viel zu ungeduldig das kann es nicht sein das kann es nicht sein mal vorne mal hinten platziert damit man das schön nicht direkt immer sieht es müsste aber ein break unit pro waggon sein ne ich glaube ich muss das mit der laser uhr auflasern die toiletten boys das das Habe ich einen vergessen? Wo habe ich einen übersehen, glaube ich? Fuck. Wo habe ich den denn übersehen? Wo könnte der denn noch gewesen sein? Vielleicht rückwärts irgendwo. Ich nehme dann die Laseruhr. Laser das auf. So, der ist explodiert. Wo habe ich dich vergessen, mein Freund? Einen habe ich vergessen. Da. Arschding. So, also diesen Körner erschießen. Natalia Ding machen lassen. Schuhe mal aber die Tür auf, lasern. Mit dem Dings. Also wenn es mit dem Laser nicht geht, meine ich Pause und ich gucke dann. Das ist mir egal, ich will die Mission nie nochmal machen. Wo auch immer ihr auftaucht, ey. Ihr dürftet eigentlich nicht existieren. Aber euer Spawnpunkt hat gesagt. so, 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 Ich finde erstmal raus, dass er in Kuba ist. Und dann gehen wir los. Und dann gehen wir los. Ist das weit genug, Natalia? Wir sind ja raus. Ich weiß nicht, ob ich hier durch kann. Hier können wir mal nach vorne. Das würde ich als entkommen sehen, oder? Das ist eindeutig entkommen. Ich bin so klug. Mit dem nächsten haben wir dann drei Viertel. 2 Stunden dreißig. Oh, Xenia, Onatop. Eliminieren. Destroy Drone Guns. Squad Natalia to Janus Base. Im Dschungel sind wir. N64. Xbox 360. Voll abgestürzt hier. Ist ja auch nicht nah. Oh, ich habe so voll den Halo hier angewommen. Was ist das denn für ein Baum hier? Ne, Hyazinthe. Ne, keine Ahnung, was es ist. Oh, ein Salt Rifle. Okay. Das ist echt so ein Halo Level hier fast schon. Das ist echt so ein Halo Level hier fast schon. Guck mal, hier ist wirklich eine feste Wand und hier nicht. Hier sehe ich gar nicht, dass ich hier gar nicht lang kann. Hier sehe ich das eher. Jetzt habe ich übrigens keine Ahnung, ob ich auch zurückgehe oder nicht so verschanzen. Oh, da gibt es mehrere davon. Oh, dann lassen wir mal vorbei. Oh, mein Kollege. Ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig runter auf oder nicht. Oh, weggemömmelt. Okay, diese Geschütze mag ich überhaupt nicht. Ui, ui, ui. Das brauchst du mir nicht eigentlich nochmal zeigen. Oh, das ist okay. Destroy Drone Guns. Okay, ich muss sie also zerstören. Habe ich irgendwie eine spezielle Waffe dafür eigentlich? Okay, ich habe die... Ja, ist klar, ich habe die Minen. Wer sind sie? Wer sind sie? Uff. Okay, das ist nicht geil, was ich hier mache. Ich habe Natalia gekillt statt der Drohne. Und jetzt bin ich auch tot. Das war nicht so clever. Das war bei weitem nicht so clever. Wie habe ich denn das denn geschafft überhaupt? Schießt ja durch die Bäume durch. Natalia has been killed. Okay. Ich bin gleich auch gekillt. Verstehen da. Ah, ich mache mal eine kleine Pause. Ich glaube, ich muss mal kurz durchschnaufen. Bis gleich. Okay, da wären wir wieder zurück. Ich habe ein bisschen längere Pause gemacht. Ich hoffe, ich bin jetzt mental wieder frisch drauf. Wobei, ich fasse schon das Gegenteil erstmal jetzt schätzen. Jetzt muss ich erstmal wieder kurz reinkommen. Ins fesche Gameplay. Ich muss mal wirklich schauen, wie man am ehesten mit diesen Geschützen da umgeht. Weil ich glaube, ich glaube fast schon hilft es auf die alte Grafik hier umzuschalten. Weil hier habe ich wenigstens die klaren Wände, die ich sehe. Weil hier denke ich, ich kann mich hier entlang bewegen. Und dann mich anschleichen, dann die Geschütztürme. Aber anscheinend ist dem nicht so. Aber dafür ist das hier sehr dunkel im Moment gerade. Schwierig. Da müssen erstmal noch ein paar Johnnies kommen, ne? Wo es zum ersten Geschütz geht. Ne, da ist es. So, ich habe das Assault Rifle. Wo ist das Ding? Da ist das Ding. Shit. War das der Kerl, der mich getroffen hat? Ach komm, ich treffe dich doch jetzt hier, oder? Jetzt treffe ich ihn. Wer war der Typ? Ich weiß es nicht. Oh. Okay. Also, ich muss hinten... Ah. Wenn ich die Kiste treffe, explodiert vielleicht das Geschütz dann auch eher. Aber die Kiste hätte lieber vorne sein sollen, statt hinten. Okay, ich habe die Proximity Mines. Wie viele sind von denen wohl da, ne? Einige, schätze ich mal. Ach so, das ist Natalia. Okay. Boah, die Arme ist gut. Oh, ich habe schon die Hälfte der Energie verloren, nach dem ersten. Bäume sind mein Freund. Hey. Haben wir euch mal erwischt? Shit. Schau es dir an, dass die da... Okay. Okay. Vielleicht hast du das Ducken hier. Und Natalia macht er Zielübungen. Zwei haben wir. Gott, wo ist denn der? Das Geschütz? Ist das hinter mir? Oder sind das Johnnies? Irgendwas schießt er auf mich. Das ist das Geschütz. Boah. Okay. Okay, die lassen sich zum Glück recht leicht killen. Aber ich muss echt aufpassen. Wo soweit war ich, glaube ich, noch gar nicht. Earth Packs wären mal geil, ne? Aber sowas gibt es hier anscheinend nicht. Earth Packs wären richtig gut. So, warte mal. Hier hin. Dann tiefer rein in den Dschungel. Geht's überhaupt tiefer rein? Oh, da. Armor. Aber ich hab wohl schon voll. Mal kurz gucken, was die Objectives angeht. Destroy Drone Guns. Eliminate Xenia. Eskort Natalia Tejano. Space. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Das scheint eine Sackgasse hier zu sein, oder? Hier gucken wir auf die Tapete. Die Baumtapeze hier. Haben wir Löcher reingeschossen. Gehen wir mal hier lang. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier zurückgehe oder nach vorne. Oh, das scheint nach vorne zu sein. Das ist eine Brücke. Xenia. Uff. Wo ist sie denn? Miss Onatop. Oh, da ist auch noch geschützt. Ist es je geschützt gewesen? Und jetzt ist mir gerade abgestürzt. Das ist natürlich nicht so geil. Aber es ist ja auch eine Beta. Fuck. Ich war so weit gekommen. Okay, dann machen wir hier eine Pause. Und ich gucke mal, ob ich wieder da hinkomme. Scheiße. Ist es abgestürzt. Fuck. So, ich habe es mal wieder an diese Stelle geschafft, wo es abgestürzt ist. Vorhin hat Xenia noch mal besiegt und ein Geschützturm noch mal weggehauen, was daneben war. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Jetzt noch mal kurz gucken. Xenia ist eigentlich besiegt. Was sagen die Achievements? Alle Drone-Gun sind noch nie weg. Aber Xenia ist fertig. Es müsste also irgendwo noch eine Drone-Gun sein. Mindestens. Was mich irritiert, ist, dass die Achievements eben von der Reihenfolge her anders sind. Dass du nicht wirklich weißt, wo es lang geht. Da stolpere ich es uns hier herum die ganze Zeit. Oh. Frage, das ist Advantage Natalia. Okay. Ist das schon der Ausgang hier? Ich traue mich nicht so ganz. Irgendwo habe ich vielleicht eine Drone-Gun übersehen. Irgendwo sagt man, dass diese Leiter das Levelende ist. Und dann habe ich natürlich nicht alle Drone-Guns zerstört. Und dann ist Schicht im Schacht. Ah, ist wieder abgestürzt. Nein! Okay, dann bis gleich. Es stürzt wohl ab, wenn ich die Waffe wechseln will. Fuck. Okay. Es kann es vielleicht sein, wenn ich einmal auf dieser Waffe drauf bin, darf ich wohl nicht mehr wechseln. Verdammt. Dann bis gleich. So, ja. Da wären wir wieder. Ich habe es nochmal ermittelt. Ich habe nochmal angefangen und geschaut. Es ist tatsächlich der Wechsel auf diese Waffe, der den Absturz hervorrufen kann. Und es wird echt schwer, das ohne die zu machen. Ich habe mich deshalb entschlossen. Ich habe noch ein Safe gefunden, der die ganzen Level hier freischaltet. Und wir überspringen den restlichen Part von Jungle. Weil es ist einfach viel zu absturz anfällig mit dieser speziellen Waffe, die man da bekommt. Ich glaube, es ist die Sonderwaffe von Xenia, die ich dann aufnehme. Die mal dann funktioniert, kurzzeitig. Aber sobald ich sie dann noch einmal wechseln will, weil ich keine Munition mehr habe, wird schwierig. Der Level wird anscheinend noch ein Teil weitergehen. Zum Glück habe ich, wie gesagt, einen Safe, der die restlichen Level freigeschaltet hat. Falls wir nochmal einen Absturz haben, dass wir weiterspringen können. Wir gehen aber mit Control dann weiter. Also als ob wir dann den Jungle geschafft hätten. Und können zumindest die Story dann weitermachen. Wir sind in Kuba angekommen. Protect Natalia, disable GoldenEye Satellite, destroy armored mainframes. Ist die Aufgabe. Ach Gott, wie diese Schussanlagen, ey. Jetzt wird es wirklich knifflig, ey. Aber Natalia ist ja bei mir. I'll wait here in the lift. Okay, dann, wie gesagt, sie ist bei mir. Jetzt nicht mehr. Dann schauen wir uns doch hier erstmal um. Door ist locked. Oh, und ich merke gerade, ich muss einmal, weil der Safe auch hier nicht invertiert ist, muss ich das einmal machen für mich. Weil sonst kann ich nicht so gut spielen. Als invertiert Zocker. Mal gucken, wie schauen die Dinger denn... Uh, okay, so schauen sie N64-Style aus. Also. Hat ein bisschen mehr was von den Mario 64-Hüllen dann hier unten. Mal gucken, weil hier bin ich rausgekommen. Die Frage ist, darf ich diesen Computer zerstören? Damit ich da zur Tür reinkomme oder nicht? Weil benutzen konnte ich ihn nicht gerade. Nee. Wo kann ich hier lang? Wird gleich verraffelt hier. Ah, oder war es Wade hier und jetzt kann sie kommen? James, you were wonderful. Oh, oh, und jetzt habe ich den Computer zerstört. Den sie nicht mehr benutzen kann, um die Tür zu öffnen. Oh, oh. Nee, das geht nicht mehr. Wie kann ich denn jetzt da reinhacken, James? Da hättest du doch dran denken können. Ich gehe zum Lift. Ich muss noch da sein, wenn du... Wie passig und aggressiv das auch ist. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, ich muss erst... Ach, okay. Warte mal, das können wir nicht hier nochmal einschalten. Show Aimball. Ach, das hatte ich auch nochmal gesehen. Dann kriegst du nochmal ein bisschen Hilfestellung. Zumindest das zeigt, wie weit man mit dem Fadenkreuz umgehen kann. Restart-Mission. So. Und wirklich für das... I secure the area. Also das ist secure hier. Das, was wir sowieso schon die ganze Zeit machen. So, wo sind die Johnnies? Da ist einer. Da ist einer. Hier ist irgendwo auch noch einer. Der hier. So. Nicht den Computer kaputt machen, James. So kann man Spieldauer auch erhöhen. You were wonderful, Jamse. Jamse Bonde. Du bist wundervoll. Ja, ein Glück ist dieser Computer noch heil, ne? Wo einfach die Credits ablaufen. Du, 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 du. I don't want to open head for the Control Room. Ist das? Ne, es ist die andere Tür bestimmt, ne? Die jetzt offen ist. Ne, warte mal. Nicht hier, sondern einer drumherum. Oder? Doch. Doch, doch, doch. Ich dachte, das wäre der Aufzug. Aber hier. Die Tür hat sie aufgekriegt. Ah, das sind zerstörbare Kisten hier. Okay, das sollte... Ah, wahrscheinlich vielleicht auch nur diese Giftkisten dann, ne? Bin ich jetzt da durch? Ist das giftiger auch? Ne, anscheinend. Also nicht zu giftig. Ah, kommt. Meine Freunde. Oh, ein bisschen buggy Grafik hier. Das ist ja der erste Grafikfehler, den wir richtig sehen, ne? Im Original klappt das. Aber hier diese Textur wird nicht richtig dargestellt. Erstaunlich, dass es sowieso so gut läuft. Als Beta. Uh, steht ja gleich da. Ui! Mein Freund und Kupferstecher. Der Typ schon wieder. Don't mind me, I just look after the Computers. Travailer made me do it. Ich hab dich nicht angeschlossen, mein Kumpel. Oh, was ist eigentlich hier die... ...Objective? Disable, äh, brauche ich ihn zum Disablen. Wenn er jetzt wegläuft, werde ich nicht schießen dürfen. Das kann sein. Dass ich nicht mehr Disablen kann ohne ihn. Den ganzen schönen Röhren monitoren hier. Okay, der wollte mich nur anballern. Der hat einfach nur nicht gemerkt, dass ich... ...nicht da bin. So, wo ist denn unser Kollege hingelaufen? Ist das überhaupt hier ein Weg? Oder ist er einfach in eine Sackgasse gelaufen? Wo bist du denn, mein Freund? Ich hätte vielleicht nicht ballern dürfen, ey. Sie sind verschwunden. Und hier? Die Dinger kann ich auch nicht kaputt machen. Das ist Panzerglas. Der ist eindeutig hier hochgelaufen, ne? Aber ich sehe hier keine Türen. Ah. Ich kann hier auch wirklich nicht groß was machen. Man kann hier... ...drum herum gehen. Hm. Ich gehe mal raus und wieder rein. Mal sehen, was dann passiert. Das kann man aber nicht failed objective, ne? Inkomplett nur. Wenn er verschwunden wäre und das nicht mehr machen kann, dann könnte er durchaus failed bei rumkommen. Hups. Okay. Ja, genau so. Okay. Immerhin. Door ist locked. Da stehen doch bestimmt welche hier irgendwo. Wir gucken uns erstmal weiter rum. Weil bevor wir jetzt hier ein Reset machen... Das wäre natürlich blöd. Aber das Spiel versucht ja auch seine Spielzeit zu verlängern. Okay. Hier oben auf der Seite ist nichts. Das ist auch einfach nur ein Aufgang, ja? Ist tatsächlich nichts. Vielleicht in den höheren Schwierigkeitsraten. Das kann natürlich sein. Das war die Aufgabe. Disable GoldenEye Satellite. Wir können natürlich auch disablen, indem man die Computer zerstört. Die aber sehr schusssicher sind hier. Die Rechner sind tatsächlich schusssicher. Welche Typen bin ich hier hereingekommen? Was ist die da? Door ist locked. Durch die bin ich reingekommen, ne? Ach genau, da wollen wir hier. Ist eine Tür, die aufgeht? Nope. Da muss ich wohl mal checken. Oh, die Tür ist jetzt auch verschlossen. Oh, warte mal. Die Tür ist hinter mir verschlossen, okay? Hast du es verrafft? Hast du es verrafft, Bond? Hab ich es verrafft? Oh, wo geht es hier lang? Ah, ne, von hier bin ich gekommen. Ah, okay. I get it. Aber die ist jetzt auch verschlossen. Ja, hinter mir. Von hier war ich gekommen, meindeutig. Hier rein, genau. Oh, bin ich die andere Tepper da runter? Okay, also der Johnny ist weggelaufen, sobald ich einmal geschossen habe. Picked up some remote mines. Oh. Ah, könnten die remote mines dafür da sein, dass ich den Rechner kaputt mache. Also, ich probiere es mal. Hier ging es nicht lang. Äh, lass uns, lass uns mal kurz austesten. Das ergibt ja Sinn. Okay, damit geht es kaputt. Aufschießen hat nichts gebracht, aber... Hier. Haben wir noch irgendwo Rechner? Oben, ne? Da sind welche. Da machen wir einen. Und auf der anderen Seite. Und... Das könnte Destroy... Okay. Eins, zwei, drei. Noch nichts getriggert. Hier oben war kein Rechner, ne? War kein Rechenzentrum. Was sagt die Objective Incomplete? Disable the satellite. Reicht das nicht, um den Satelliten zu disablieren? Da müsste ich irgendwie die Werte Natalia hier dazu holen, dass sie mir... Einmal das weghackt. Oh, warte mal. Waren hier noch Mainframes? Ne, ne? Auch wenn ich es hier so ausschaut, weil ich hier hoch kann, aber... Hier steht kein Rechenzentrum. Manche von den... Oh, da, da steht... Ach, tatsächlich. Fuck. Okay. Vielleicht. Keine Einblendung. Inkomplett. Die sind auch nicht kaputt. Ich meine aber, dass welche von denen kaputt gegangen sind mal. Mit dem Todeszeichen drauf. Ah, stand hier irgendwo noch einer davor. Ich brauche mal die Terminals kaputt. Terminale werden. Allgemeine. Was. 床 flüssig. ich glaube ich habe keines der mainframes hier übersehen aber dann war das auch nicht die lösung damit die mainz müssen jetzt sowas gut sein vielleicht doch hier auf dieses dieses gerät hier die war auch kein computer hier komme ich nicht mehr zurück ich würde fast sagen ich muss jetzt ja jetzt jetzt beginnt so das rate spiel was genau ist eigentlich dafür nötig was darf man machen was darf man nicht machen dass man hier auch kaum die tür sehen kann in der original grafik hier so ein großes gedöns und hier gar nichts dann muss ich mal mal checken was hier phase ist glaube ich blick mal in einen playthrough rein dann gucken wir was wir eigentlich hier hätten machen sollen wahrscheinlich wäre es nicht ballern gewesen dass der irgendwie was ausschaltet aber gut bis in einem moment hey da bin ich wieder also ich habe nur kurz mal rein geblickt aber ich scheine eine tür übersehen zu haben denn hier war tatsächlich hier eine blast dort direkt neben dem rechner hier ich habe die im dunkeln hier gar nicht erkannt im schatten deshalb hoffe ich mal dass hier vielleicht noch so ein mainframe rumsteht das war die tür für natalia gewesen jetzt schüttelt sie gleich wieder den kopf welchen rechner habe ich hier kaputt gemacht da schüttelt sie wieder den kopf auch gott smart work james das war die einzige konsole die access hatte diese tür na gut an sowas kann's haken geben jetzt aber wie viele an sowas kann ich ganz gut an sowas kann ich noch nicht so viel die 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 So, können wir nur ein Teil hier rausholen. Das Explodieren der Mainframes war aber richtig, würde ich sagen. Komm her, you're wonderful. Mache sie mir die Tür auf. Oh, zum Glück habe ich daneben geschossen hier. Das ist die andere Tür, die ich dann... Ach ey, Dark Souls mäßig drumherum einmal gehen. Das war es doch gleich. Passt du jetzt die Tür auf? So. Die Proximity Mines. Uff. Okay, aber keine gute Idee von mir. Fast meine ganze Energie weg, ey. Ach, das war auch bescheuert. Da sind sie alle dood. Ist auch richtig so. Ist auch richtig so. Die Frage ist es, vorher die Mainframes zu stören und dann Natalia holen oder andersrum. So, da ist der Johnny. Don't shoot. Okay, ich habe ihn noch nicht angeballert. Da haben wir die Rechner. Und unten im Raum war auch noch einer. Dann lass uns die erst mal kaputt machen. Ach so, gehen die Glä... Ach so, ist das Glas kaputt gegangen. Okay. Okay. Okay, das war erstmal wichtiger. Die Selbstschussanlage wegzimmern. So, hier steht noch einer. Es fühlt sich richtig an. Aber es fühlt sich auch ein bisschen falsch an. Da brauchen wir das, wenn wir jetzt Natalia rausholen. dass das reicht. Jetzt können wir hier durch. Ah, jetzt verstehe ich, ja. Now I understand. Help me understand what makes a man hate another man you got me help me understand So war das doch, oder? Ich hätte es nicht machen sollen. Sie schüttelt den Kopf wieder. Oh nein! I'll try to override the controls. Okay. Override mal die controls. Meine Liebe. Es kann sein, dass es explodieren. Der Destroy Armored Mainframes. Doch. Ist zwar immer noch incomplete, aber es gehört dazu. Also. Das, was ich mache, ist richtig. Okay. Okay. Wo ist es? Kannst du das leiser machen, James? Ich bin hier fast tot, meine Liebe. Mach das mal leiser. Da kommt doch noch einer. Da. Wo? Wie? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Wo kommst du? Komm ruhig die Treppe runter. Huch, andere Seite. Ah, wiki, bubiki, nein. Oh, I fucking hate you. Bis gleich. Jetzt wird's knifflig. Okay, nochmal in Pause zum Durchschnaufen gemacht. Wir gehen das ein weiteres Mal an, aber ich versuche diese Belagerungssequenz vor dem Zerstören der Server zu machen. Einfach um, die Tür mal auf. Einfach um das mal von der Backe zu haben. So. Jetzt habe ich die andere Waffe. Das wird's eigentlich vermeiden, weil die Treffer, die ziehen gleich enorm viel ab eben, ne? So, jetzt kann der Teil hier raus. Kommen sie raus. Können sie reingucken. Döf, 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 döf. Animationen. Ja, die Animationen müssen ja zwangsläufig fast die gleichen sein. Also, so müssen sogar die gleichen sein, ne? Mit der Pistole in der Hand an den Kopf fassen. Machen wir auch für mich in der Zeit, ja? Oder muss ich beide stehen, damit du das sagst? Aber die Animationen müssen ja zwangsläufig gleich sein, weil sonst könntest du nicht live hier wechseln die ganze Zeit über. Viel zu attraktiv das Feature, ey. Okay. Got one open. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Was denn? Was ist da explodiert? Durch die Wand durch, ey. Ah, das war jetzt mega fies. Ich wollte eigentlich... Hatte eine Granate vielleicht geworfen können. Könnte das sein? Schon wieder? Das sind Granaten, glaube ich. Die werfen. Die Saftnasen. Naja gut. Kimbo geht auch nicht, ne? Wohin ging's mit der Knarre auch? Die haben wir geregelt. Ich lass' ich lass' zuerst Natalia rein. Uiuiui. Uiuiui. Ganz vergessen. Boah. Boah. Haben wir euch alle gekriegt? Ja. Ups, deine Knarre ist runtergefallen. Komm, verzieh dich. I am invincible? Wo läufst du eigentlich überhaupt hin? Ah, scheiße, jetzt konnte ich dir nicht folgen. Ich muss das eigentlich zulassen. Ich darf hier noch nicht sprengen, weil dann sind sie gezwungen, über die Treppen hochzukommen, ne? Kommen wir, Natalia? Ich darf das nicht machen, weil sie sind gezwungen, über die Treppen hier hochzukommen, weil diese Belagerungssequenz, ich muss sie ja über mich ergehen lassen, braucht eben sehr lange. Ich weiß nicht, die neue Textur, die alte hat natürlich ein bisschen was anderes, die ist natürlich näher an der Schauspielerin wohl dran, aber die alte Friese hat was. So, jetzt, wenn die Johnnies, die kommen jetzt durch die ganzen Türen rein, die vorher nicht aufgegangen sind, müssen aber jetzt gezwungenermaßen oben drüber kommen. Worum geht's hier? Machst du das schon? Nein. Tut mir leid, Natalia, das geht nicht ruhiger. Wir kommen jetzt alle von der Seite. Na, wo kommt der denn? Unten kommt der eh nicht lang. Wow! Der hat tatsächlich das Glas zerbrochen. Motherfucker. Der auch, ne? Oh Gott, wo schießt der denn jetzt? Oh Gott, jetzt, jetzt bleckere ich mich nicht wirklich mit rum. Nein, sie wurde erschossen! Oh, ihr seid aber auch... ...Ausspacken hier. Wie soll ich das denn hinkriegen? Fuckenstein, ey. Oh, ihr macht mich fertig. Soll ich das denn hinkriegen? Wenn das so fix geht. Ey, hier war auch... Ne, den hatte ich schon zerstört, das eine Mal. Nein, ich weiß, ich muss gleich wieder von vorne anfangen. Oh, fuck. Das ist nicht geil. Dass die auch nichts aushält. Dass die auch kaum was aushält. Wir brauchen denn das Glas, um zu zerbrechen. Also mit der kriege ich es nicht hin. Ich hab fucking hasse Belagerungssequenz, ey. So, ich muss eigentlich immer am besten warten, bis die unten sind. Aber wann bist du denn runtergekommen, ne? Nee, jetzt ballern die schon von oben. Ich trainiere ein bisschen hier. Weil was bringen tut das jetzt auch nichts mehr. Oh, boy. Oh, boy. Bis ich diesen Part geschafft habe, mit Natalia beschützen. Und dass wir den Rest dann weitermachen. Oh, boy. Let's start. Hör ich die, haben sie. Vielleicht ist die Waffe auch nicht so geil. Wobei, ich muss die schon benutzen, ne? Ich kriege ja nur für die Munition. Komm. James, you were wonderful. Bitte stirb jetzt nicht so schnell. Da ist dein. Dein Computer. Mache sie mal. Nervig, ey. So. Ah, wo kommen meine Granaten? Okay, das sind so. Oh! Jetzt! Oder war da, oh, da war das eine Proximity Mine. Ich getreten bin. Kann es natürlich auch sein. Ich habe das Gefühl, manche brauchen die ein bisschen mehr, ey. Ich habe vergessen, dass die auch da drin stehen. Das war doch Stuhl. Das war doch wirklich Stuhl. Ups. Don't shoot. Travel Line made me do it. So, wo läufst du denn hin? Da ist ein Gitter, durch das ich auch durch kann. Und das, durch das er verschwunden ist. So eine Body Armor, die hier rumliegt. Wo ist dieses Gitter denn durchlässig? I don't get it. Kann ich die Türen versperren, damit diese Penner nicht durchkommen? Geht es mit der Grafik besser? Ich glaube, ich kann es so besser sehen, ne? Naja, so ist schon besser. Und die Türen gehen nicht auf, weil die verschlossen sind, gehen das drauf, wenn Natalia Action macht. Hier ist noch eine Glasscheibe dahinter. Na gut, na gut. Ähm, ja. Äh, ach du, hier. Dass ich diese Kacktür auch vorhin nicht gesehen habe. Wir haben doch nicht mehr so viel Level A. Das müsste aber wahrscheinlich einer der anstrengendsten und längsten sein. Okay. Bist du irgendwie Support, den ich in den Optionen noch machen kann? Ne, das leichte Auto eben ist so drin. Ich habe aber was anderes. Oh, was soll ich denn? Mode Mind Detonator. Ne, nur die D5K habe ich. Die deutsche. Ich kann auch die Walther benutzen, aber... Ich kann doch die Walther benutzen, ne? So, wo ist der so schnell aufgetaucht? Muss, glaube ich, wirklich so hier herumspielen. Wie schnell die auftauchen auf einmal, ne? Wo bleibt ihr? Da. Da ist bestimmt schon gleich einer. Okay, jetzt können sie auch von unten kommen. Okay, wo seid ihr? Wo seid ihr? Der läuft auch andersrum. Will er von unten durch? Ey, braucht doch nicht 500 Jahre. Komm, Natalia. I did it. Okay. Okay. Okay, sehr gut. Lauft hoffentlich an der Zelle vorbei. Okay. So. Kommen die jetzt ohne Ende weiter? Jetzt reicht auch mal. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Deshalb macht das wohl mit dem... der Proximity-Scheiße vorher. Guck mal, die spawnen einfach von da ohne Ende. Okay, war hier oben noch einer. Wo spawnst du denn her? Du dumme Sau. Aus dem Nichts. Das war absoluter Quatsch, was du machst. So, also eine Bomb habe ich geplantet. Zwei Bombs habe ich geplantet. Drei sind es gleich. Nee. Nee. Zwei sind es immer noch. Guck mal, hier haben wir zwei. Da unten. Oh Gott. Ja, euch da drüben sehe ich ja auch noch. Wo taucht ihr denn jetzt da wieder auf? Ja, mega scheiße. Oh, wie viel? Weshalb? So, ich weiß, dass ich hier lang muss. Und hinter mir. Oh, verpiss dich, ey. Verpiss dich. Verpiss dich. So, ich habe alle. Wo? Und wo kommst du denn jetzt wieder her? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja, ich habe alle. Oh, ich weiß, dass da unten einer war. Oder zwei sogar. Oh, ich habe nicht mehr so viel Energie, ey. Fuck. Destroy armored mainframes. Also irgendwo ist noch einer. Hier ist noch nicht mal ein Armour oder so. Wow. Was? Was? Oh, ey. Oh, ey. Wer macht mich fertig. Fuck, fuck, fuck. Nein! Ich hasse euch alle. Ich hasse euch wirklich alle. Fucking hell. Boah. Completed? Ach nee. Weil die drei Objectives sind completed oder so. Ich mache für euch mal eine Pause, damit ihr hier nochmal die gleiche Mission sehen müsst. Ich versuche mich da jetzt da durchzuarbeiten, das ein bisschen effizienter zu schaffen. Bis gleich. Okay Leute, bessere Ausgangsphase. Die Mainframes sind gesprengt oder der letzte sollte jetzt gesprengt sein, wobei ich mich ja nicht so super viel mit rumbeklackert habe, aber es sollte hoffentlich jetzt besser gehen. So. So. Sag ich gerade. Wird trotzdem hier. Ich hatte nämlich vergessen, den letzten hier fertig zu machen. Was ziemlich bescheuert war. Aber mit etwas Vorsicht sollte das jetzt besser hoffentlich klappen. nicht ganz so schnell. Ich glaube, hier sollten die hoffentlich nicht spawnen. Wirklich? 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 Und natürlich? Oh Gott. Joe ist locked. Oh Quatsch. Oh Quatsch. Oh nein! Du Pisser! Du dummer Pisser. Blonk. Bis gleich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Meine Armour ist unten, meine Energie aber noch weit oben. Und Natalia ist safe. Ich habe alle Dinge zerstört. Die Objective sind alle komplett. Jetzt muss ich nur zum Ende kommen. Außer diesem Motherfucker, der direkt hinter mir steht und vor mir steht. Ihr Hundekinder. Das ist natürlich Trevelyan, der mich nicht durchlässt. Ach, das sind die? Okay. Oh! War es wirklich nur dieser Aufzug? War es wirklich nur dieser halbe Meter, den ich hätte gehen müssen? Oh, es ist vorbei. Oh, es ist vorbei. Oh, danke sehr. Neun Minuten habe ich trotzdem dafür gebraucht. Holy fuck, ey. Okay. Minimize Scientist Casualties. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so anstrengend wird beim nächsten Mal. Okay. Schön die Höhle runter. Ja, wo bist du? Ich glaube, ich fahre mit dem anderen besser. Ich glaube, ich fahre mit dem anderen besser. Ich fahre mit dem anderen, ich will noch runter gleich. Du warst kein Scientist. Ich lasse mich hier unten gucken. Scientist nicht drum bringen. Übrigens keine Geschenke für mich oder so. Ich muss mal unten schauen. Da. Oh, die Arme. Akzeptiere ich. Verzieht euch mal, Leute. Das darf gerne auch mal so ein Straightforward-Level sein. Was geht denn hier? Bin ich in Resident Evil 4 gelandet? Bisschen aus wie der Aufstieg in Resi 4. So sieht er auf dem N64 aus mit den Lichtern. Oder Revelations 2 hat er auch was ähnliches, glaube ich. Resident Evil Revelations 2. Boing. Boing. Ich brauche ein bisschen mehr Ammo. Okay. Mit diesen Doppeltore hier. Ja, es ist voll Virtua-Cop hier. Voller Puller-Virtua-Cop. Aber wenn es so ist, hat es auch ein schönes Schussgefühl. Oh, Akimbi. Akimbi-Bo. Das ist eine Schussanlage, oder? Uff. Was hätte ich in Wissenschaft erwischt? Radio Damaged? Wie bitte? Ach, nee. Davon war doch nirgendwo die Rede in den Objectives. Das war wahrscheinlich... Oh, fuck. Ja, kannst du als Wissenschaftler die Tür nicht aufmachen? Ach, Restars. Fuck! Let's do this again. Dass die auch schwarz auf schwarz tragen, ey. Das ist mal schön, nichts zu erkennen. Ui! Das war nicht geil von euch. Ja, hier gab es Body Armor. So, hoch. Also aufpassen, nicht, dass... Nicht die... Das haben sie mit der Absicht dahin gemacht, damit man beim ersten Mal verliert. Weil du lässt ja die Fässer drumherum explodieren. Da ist ein Wittenschlaf, der gekühlt werden kann. Und dieses Radio, von dem ich nichts wusste. Aber es ist wahrscheinlich nur Objective auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Bin mir recht sicher. Also es ist nötig, um den Level zu beenden, natürlich. Aber wenn es nötig ist, um den Level zu beenden, dann können sie es auch beim Leichten, in Anführungsstrichen, Schwierigkeitsgrad, Leicht, in Anführungsstrichen, hier mit reintun, bei Normal. Ist das schon hier? Warte mal, habe ich nicht... Ja, jetzt habe ich Akimbo. Sehr gut. Komm, so weit ist es nicht mehr. Da, wo ich war. Schönes Schussgefühl. Hoher Speed. Ratatatata. Peng, peng. Schulter ist weg. Wenn deine Schulter sich bewecht, dann sehe ich das. Von hinten. Ist mir egal. Du sollst keinen ehrenhaften Tod haben, nur einen Tod. Oh, Arschloch. Ähm, ich habe da nichts geschossen. Radius ist auch nicht kaputt. Aber eventuell. Oder? Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Okay, da ist kein guter. Waren wir dir nicht ganz sicher. Hä? Was bedeutet das jetzt? Bedeutet das wieder zurück? Warte mal, ich gucke mal auf das Briefing. Waren hier rauf geschaut. Ah, das ist der Janus Control Center. Das ist der Janus Control Center. Stoß, weil die Server-Kontroll-Konsolen close to the pumps. Ich denke, es war das Belang, weil ich da nicht komme. Okay, also die Mission-Objectives. Da muss ich wohl hier zurück und unten. Dann ein bisschen Action machen. Wobei diese Water-Pumps sind. Ich höre da auf jeden Fall was. Schön, meine Muni. Verschwendet dafür. Was ist denn das hier? Das ist nicht diese Water-Pumps. Vielleicht waren die doch ein bisschen davor. Aber ich habe es ja so röhren gehört hier. Vielleicht da, wo die Wissenschaftler waren. Wo taust du denn jetzt hier wieder auf? Respawn doch nicht einfach. Respawn ist für den Arsch. Respawn, tu nur Ärsche. Respawnen, tu nur Ärsche. Äh, so. Muss den ganzen Weg wieder zurück, oder was? Bevor wir es neu starten. So weit ist es ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich Fall-Damage nehmen kann. Aber nee, in die Mitte sollte ich vielleicht nicht runter. Unabhängig davon, ob James Bond Fall-Damage bekommt oder nicht. Aber ich gehe stark davon aus, wenn man in den Abgrund runterfällt. So, komm. Noch alles so ruhig gerade hier. Natürlich ohne Sound-Effekt. Ja, okay, Sound-Effekt ist schon. Aber die Musik setzt ja aus. Nach einiger Zeit in der Beta hier. So, Minimized Casualties hier. Das könnte ich mir vorstellen. Das sind wahrscheinlich die. Ja, komm, beweg dich. Ganz anderer Typ. Was mit dir? Auch ein anderer Typ. So, lauf mal weg, lauf mal weg. Mach mal Equipment hier kaputt. Tut mir leid, Leute. Aber das muss sein. Habe ich jetzt mal so bestimmt. Genau, lauf ruhig weg. Ach, hier hätte ich auch unten durch können. Na gut. Was ist denn für Bewegung? Ach nee, es ist Zeit, hier zu datoren. Macht das was? Ah nee, hier sind welche. Komm, du bewegst dich mal weg. 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 So, ähm, welcher Weg war der richtige? Der hier? Ja, ich glaube, hier geht's wieder zurück, oder? Okay, das ist der Anfang. Ah nee, nee, das ist richtig. Das waren ja nur die beiden. Ja, ich muss mal auf die hier gehen. Dafür habe ich wesentlich mehr Muni. Also, irgendwelche Geräte zerstören. Mit dem Radio. Ah, warte mal. Da sind ja noch so, neben dem Radio sind ja noch solche Geräte. Vielleicht die beiden vorne, die ich kaputt gemacht habe. Und, neben dem Radio, auch die, so, lassen wir das mal gucken. Ich weiß nicht gerade nicht, was hier eine Party wieder von meinem Haus zu machen. Und quatschen die ganze Zeit. Ich hoffe, das ist da nicht zu laut bei euch. Vielleicht hält auch hier mal eine Rede. Ich weiß es nicht. Ich spreche die Sprache leider nicht. Ist das richtig rum? Ja, ne? So, mal sehen. Wir spawnen ein paar Penner hier wieder. Kann ich eigentlich die Lampe hier kaputt tödeln? Ein bisschen, ne? Jetzt geht bei denen da draußen eine Sau doch nicht an. Naja, not my problem. Da ist noch einer vorbeigekommen. So. Also, Wissenschaftler. Geh du mal weg. Geh du mal weg, mein Kollege. So. Verzieh dich. Komm. Vielleicht, wenn ich ihn einmal bedroht habe. Das ist ja. Geh mal weg aus der Ecke da. Kollege. Verzieh dich. Ja. So ist richtig. So. Jetzt kann ich eigentlich. Bei den Türen habe ich ihn schon geholt. Läuft er auch immer noch im Kreis. Was könnte es sein? Ich habe diese Maschine zerstört. Ich habe den Kollegen gerufen. Die Kavallerie ist unterwegs. Hier geht es nicht weiter. Das ist die Tür. Wo es weitergehen könnte. Was ist Moneypenny? Also die Moneypenny Q gesagt. Shut down the water pumps. Destroy the servo control consoles close to the pumps. And be sure to disable the master console. Ich glaube, das habe ich gemacht. Don't jeopardize the mission. Inform Jack. Haben wir informiert? Die Kisten explodieren, waren wir fertig. Wo bist du denn jetzt da aufgetaucht? Du hättest da doch gar nicht sein können. Oh. Gehen die Fenster da kaputt etwa? Tun sie. Also der Johnny läuft da rum, als ob er da rauslaufen möchte. Rauslaufen kann. Außer, dass ich... Das sind keine water pumps. Das ist einfach nur eine Schutzwand, ne? Ich mache mal noch nicht weiter, aber ich laufe hier einmal oben lang. Ob ich hier was übersehen habe. Also ich gehe nicht wieder bis ganz zurück. Es könnte sein, dass da ganz am Anfang noch was war, ne? Ja, ich komme da oben. Ah, warte mal. Oh. Oh, könnte das... Da ist ja noch was. Da kann ja keinem was. Das wäre erstmal wichtig. Die Ecke habe ich übersehen. Da ist ja Wissenschaftler reingelaufen. Ich habe die water pumps noch nicht alle fertig. Da ist nur eine Kontrollkonsole. Da sind zwei sogar. Ah, der water pumps. Ich habe nicht mehr so viel Schuss mit ihr. Das sehe ich gerade. Ah, der water pumps. Nehmen wir die normale. Mal sehen, ob das reicht. Ach, jetzt sind wir hier. Okay, alles klärchen im Pärchen. Ich habe einen Kollegen gerufen. Geht es hier irgendwo noch lang? Pick up a code card. Aber für was? Potenzial für die Tür, die wir schon geöffnet haben. Weil hier gibt es ja keine Tür. Hier würde ich nur den Außenweg nehmen. Vielleicht ist jetzt dieser Jack in der anderen Ecke. Diese Tür hatte ich übersehen. Das war schon mal ganz wichtig. Die Frage ist, ob unten noch eine Tür war, potenziell. Das ist jetzt die andere Ecke, von der wir vorher nicht durchgekommen sind. Da haben wir den Weg ja aufgemacht. Genau, hier haben wir alles zerbeugt. Das ist der Durchgang. Von der anderen Seite. Ist hier noch eine Tür vielleicht? Da ist eine Tür. Ach, ich bin doch blöd. Was könnte das sein? Da war eine Tür. Wo ist er? Das war ja durch eine Tür gekommen, oder habe ich mir das eingebildet? Geschafft! Oder? Jawohl! Es kann sein, dadurch... Also ich hätte auch direkt zum Ende durchlaufen können. Wahrscheinlich hier auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Oh. Huf. Okay, das große Finale. Richtung großes Finale. Der Antenna-Cradle. Oh. Alter, ja. Das hat natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Wir sind so hoch, dass wir kaum was erkennen. Hier haben wir... Ein paar Texte. Und da ist die Dish. Guck mal, die Dish sieht man hier. Hier unten. Die große Satzschüssel. Dem anderen sah man sie nicht. Der Radion hat die Antenna-Consol. Drei Minuten. Bis zur Antenna. Vielleicht gesehen, was jetzt hier die Objective war. Mal gucken, was die Objectives überhaupt hier sind. Destroy control console. Settle the score with Trevelyan. Okay. Ich spiele auch schon meine Energie. Ich spiele auch schon meine Energie. Das Trevelyan, oder? Darf ich mich hier überhaupt treffen? Ich bedanke mich hier überhaupt treffen. Alter, wie schnell ist der denn? Okay, ich hab's halt nicht mehr. Ah, verdammt. Okay, ich muss dem wahrscheinlich hinterherlaufen. Ja, 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 das brauchen wir nicht nochmal zeigen. Also wo die Control-Konsole ist, sehen wir. Dann kommt Trevelyan. Die geben mir nicht allzu viele Waffen jetzt hier gerade. Das ist noch nicht der finale Level natürlich. Soll das Trevelyan sein hier? So, eine von den beiden hat die Control-Konsole. Müssen wir gleich gucken, welche. Scheiße. Schießt mich doch da nicht so ab. Wo bist du, Trevelyan? Wo bist du? Alter, warum? Wie viel? Ich hab was gar keine Energie mehr. Was soll denn das? Was soll denn das? Wer schießt mich da überhaupt an? Soldaten. Ah, okay, das wird nichts mehr. Wir müssen mir doch nicht so folgen. Wie kann ich joinen? Oh, da dreht er sich einmal um. Der Penner. Peninski. Johann von Peninski. So. Na, ist das Auto-Aim. Oder nicht so direkt. Ich darf auch nicht zu viel, hab ich das den Eindruck. Aber es ist Trevelyan, ne? Oh, ey. Halbe Energie hat mich das gekostet. Halbe Energie hat mich das grad gekostet. Weil ich in fünf Sekunden... ...nicht vernünftig reloaded hab. Ich gucke jetzt mal auf der anderen Seite. Das wird falsch natürlich. True Console ist anderswo, aber... ...eventuell spawnen hier die Peninskis durch. Ich glaube, den Eindruck habe ich erwischt. So, ein bisschen Trevelyan. Da bist du. Gar keine Kugel. Kugel. Kugel, den ich umgenietet habe. Ich habe keine Kugeln. Was lässt er denn da? Oh. Schutzweste. Boah, die haben das cool. Irgendwann müsste ich hier aber dann mal am Muni rumliegen. Ein paar Penners habe ich ja umgenietet. Das muss ich echt den hier machen. So, wo bist du? Da oben sehe ich was. Das könnte sein. Okay. Wie kann mir denn hier die Muni ausgehen? Immerhin gibt es keinen Counter, oder? Läuft von dem Typen weg ohne Munition. Da laufen welche. Mal sehen, ob ich die erwischen kann jetzt hier. Da unten ist jemand rumge... Ist das wie der Trevelyan, oder? Komm her, lass mich die Hand kanten! Ha ja! Oh, nicht so. Nicht so, mein Kollege. Was passiert, wenn ich noch weiter runtergehe? Uh, hier muss natürlich das Finale dann gleich stattfinden. Tu mir doch nicht so was an. So, jetzt muss ich den Kollegen mal wiederfinden. Trävi-Boy, wo bist du? Reicht ich überhaupt treffen? Oder nur, wenn du stehst? Wo ist das? Babyboy Ah, von da unten! Ah, von da unten! Du Dummsaum. Frage ist es, treffe ich ihn überhaupt, wenn ich ihm hinterherlaufe, oder nicht? Mann, 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 Mann. So. Den da hinten erwische ich aber Trevi-Boy nicht. Der dann langläuft. Das hier ist auch gar nicht Trevi-Boy. Der ist schon runtergelaufen. Diese Respawns, ey, diese Respawns machen mich fertig. Mann. War hier nicht ne Body-Armor? Da war das ne Body-Armor mal, oder? Leise das Trevelyon, die die genommen hat. So, da ist die Body-Armor. Na gut, war ja andere Ecke. So, ich hab die Console zerstört. Das heißt Trevi-Boy. Komm nicht mehr mit. Jetzt muss ich mal schön Ammo sammeln. Und dann haben die Doppel-Knarren. Da ist Trevi-Boy, oder? Das ist er gar nicht. Das war er auch nicht. Der läuft ja irgendwo unten rum. Aber ich glaube, ich sollte jetzt hoffentlich genug Ammo gesammelt haben. Gesammo? Lebt er? Nein, der lebt nicht mehr. So, jetzt hinterher. Wo geht's runter? Trevi-Man. Wahrscheinlich irgendwo hier, oder? Nee, auch nicht. Ist es schon hier ganz unten? Settle die Score mit Trevelyon. Nee, wir müssen hier später hin, ne? Ist all die Peninskis hier runtergekommen? Aber, gut money. Ich glaube, er muss stehenbleiben und dann muss ich ihn einmal treffen. Dass die auch einfach da so langstehen. Guck mal, ich treffe ihn gar nicht. Da muss man nur stehenbleiben, dann einmal. Nicht die Pinner aber treffen. So, jetzt, da steht er. Job, James, if you can, ja, ja. Da. Now I finish the job. Weil ich kann. Ich spring auch hinterher. So, wo bist du? Wo bist du denn? Für England, James? Nein, für mich. Objektiv, be completed. Jawoll! Spring, Bondi! Gib mir sogar das Action-Replay hier. Verdammt nochmal. Während hier die Autos grummeln. Ey, was habt ihr alle da draußen? Ihr macht mich hier fertig. Ich muss mich hier konzentrieren. Ah, okay. Aber damit haben wir es geschafft. Es ist durchgespielt. Ja. I'm fine, thank you. Wie sieht es denn so? Oh, guck mal. So viel anders, die haben noch nicht so viel anders gemacht. Natalia und James, hauen rein. Ähm, ja. Das war's. Das Remaster. Das leider nie komplett fertiggestellt wurde. Von GoldenEye. Nicht schlecht geworden. Der vorletzte Level hat mich fertig. Immer der vorvorletzte, besser gesagt. Ähm, ich hab's nie auf dem N64 komplett durchgespielt. Das war's für mich jetzt auch das erste komplette Mal, das mitzunehmen. Ähm, grundsätzlich, hey, ich hab schon einiges drüber gesagt. Aber spielerisch macht's Spaß, vor allem, weil jetzt, äh, in, äh, in dieser Remaster-Auflage du auch eine richtige Twin-Stick-Steuerung von Haus aus hast. Und, äh, mit so den kleinen Hilfestellungen. Ich hab's jetzt auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad gespielt. Natürlich, 0-0-Agent und, äh, die größeren, die ultra-harten Schwierigkeitsgrade sind natürlich das, was dann, äh, die Spreu vom Weizen trennt. Allerdings, ich fand, es hat ein angenehmes Schussgefühl mit so dem Treffer-Feedback und dem leichten Auto-Hemming, was man zuschalten kann. Das hat eigentlich von der hohen Geschwindigkeit und für gutes Geballer gesorgt. Dass es hier im Singleplayer gar keine Health, äh, Items gibt, ne? Auch bewusst gemacht, dass du maximal Health durch deine Body-Armor dir holen kannst. Ähm, ist auch eine bewusste Entscheidung, natürlich, aber eine, die natürlich das Gameplay abendet. Also, diese Belagerungssequenz habe ich fertig gemacht mit Natalia, aber wir haben es hinbekommen und Bring Me Back, MGM-Iron, tja, 14 Jahre später. Da haben wir es zurückgebracht. Da sehen wir nochmal die Schauspieler in dem neuen alten Konterfeil. So, nicht die Namen der Schauspieler genannt, sondern die Namen der Rollen eben. Das hatten wir aber auch schon mal. Ähm, ja. Während hier die Autos draußen herumdödeln, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, seid beim nächsten Mal dabei. Hier auf crags-apghafen.de mit anderen schönen Sachen. Ich weiß nicht, ob ich dann weiter Shooter oder Bond-Geschichten jetzt hier noch weitermachen will. Also, ich habe jetzt erstmal meinen Fill bekommen davon, aber warum nicht? Schreibt es in die Comments mit rein. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr es noch nicht macht, könnt ihr mich gerne unter patreon.com.sharpghafen oder steadyhaku.com.sharpghafen unterstützen. Da gibt es auch viele exklusiv Let's Plays, die man schauen kann. Die sind da zeitexklusiv für ein Jahr plus jeweils und da auch schöne lange Komplett-Let's Plays. Let's Plays, aber auch manchmal solche Sachen wie die hier sind dann auch draußen dabei. Das war's. Ich bedanke mich, sage Tschüss und bis Tensen.